Willkommen zurück auf der Westerrade. Warum die Westerrade, warum nicht Hülshausen? Das hat einen speziellen Grund. Erstmal einen speziellen Grund. Die Bootmeer sind noch recht gut, so dass wir die Ernte einfahren müssen. Und wenn ich das jetzt getrennt machen höre, dann haben sie ewig dauer. Deshalb machen wir den Weizenschlag jetzt hier noch schnell fertig. Und dann haben wir die Hand jetzt mal so weit durch. Twitch Brain, ist kostenlos. Baumbart 88, lässt seinen Krimesok hier, danke für den Support, Moan High Guys. Das hat einen Änderungengrund, dass der Klaas zwar verpflichtet war, aber für Arbeitsplätze und die Unternehmensleitung. Weil klar, dass wir als Westersträger in diesem Video über Arbeitsplätze und außerdem eine neue Linköse zu holen. Wollen wir uns mal hören? Ja, das sind ja Weizenschlag. Aber jetzt ist es jetzt direkt vor den Aktion. Das ist jetzt gewohnt. Das ist so wichtig. Ich habe hier oben rechts ein Video eingeblendet, in dem ihr zusehen könnt, wie Spiele bzw. welche Eingabe gelegen die Spiele. Das hat dann einfach einen Hintergrund, dass ich die magische 500 Abonnenten-Faktik anstehe. Ich möchte euch an der Stelle recht herzlich bei der ganzen Community bedanken. Deshalb würde ich mich herzlich bei jedem Einzelnen mit euch, der mein Videos liked, der meinen Kanal abonniert und mich so mitgevortet. Wo ich den Kanal vergangenes Jahr erstellt habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal zum Beispiel komme. Weil das ja auch einfach nur ein Spaßprojekt von mir ist. Dass ich also Videos mache und mit anderen Leuten zuschauen könnte. Und ich denke, vielleicht haben wir Spaß dazu zu schauen. Das hat sich super entwickelt. Wir sind bei 500 Abonnenten. Jetzt freue ich mich total. Und deshalb habe ich mir als Special gedacht. Blende ich doch einfach mal die Kamera mit ein. So, dass ihr zusehen könnt, wie ich was benutze. Es wäre nicht für euch, wenn ihr mir in den Kommentaren hinterlassen würdet, ob ihr das cool findet. Oder ob ihr es lieber wieder weg haben möchtet. So, dass ich weiß, wie ich das das nächste Mal machen soll. Das wäre cool, wenn ihr mir dort Feedback geben könntet. Das ist nur zu sagen, mein Abonnenten ist Special. Also, ich habe jetzt gemerkt, im Verlauf, dass das hin- und herspringen ist. Ich habe jetzt eigentlich Karten. Die beiden Karten sind ja wirklich wunderbar. Sondern das ist einfach der Hintergrund, dass hier auf der Westerrade extrem viel zu tun ist. Also, wir haben ja über Schweinemast, über Rind und so, über Milchproduktion, Kartoffelwaschanlage, BGA mit BGA Extension Script. Also, hier gibt es so viel auf der Karte. Ich spiele die Karte ja auch als R-Version mit dem Säulmann. So, dass die Inhalte, die die Karte hier darstellt, schon bietet, ob der Holzhause auch drauf sind. Und das einfach parallel fahren würde, ist immer das gleiche während einer anderen Karte. Und deshalb, frage ich euch, hättet ihr denn noch Lust überhaupt zu hören? Das gibt's ja, als Haus weiterspiele. Ich würde es auf den ich mich nur noch in den Vorsport befinden. Alles andere mache ich hier. Oder sagt ihr, nee, das passt schon. Wir bleiben hier auf der Westerrade als Hauptkarte und als einzige Karte. Und arbeiten dort einfach weiter. Ich wäre auch lieb, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könnt, was euch lieber ist. Vielleicht wollt ihr ja hier als Haus weiterhin sehen, dann mache ich das auch. Aber ansonsten können wir hier auf der Westerrade als einzige Karte bleiben. Da gibt es halt alles, was man braucht. So, ich komme dann nochmal kurz zu meiner Eingabegeräte, die ihr hier seht. Das Senkrad ist ein Logitech G25. Das habe ich mal gebraucht gekauft. Funktioniert aber tadellos. Und ich beleg ja immer alles mit dem X-Patter. Weil ich einfach keine Lust habe, das in dieser Ingame-Schaltung zu machen. Und belegt habe ich das so, dass ich hier die beiden roten Knöpfe habe. Auf dem linken Knöpfe haben wir alle abgerufen. Auf dem rechten Knöpfe haben wir das ändert. Der Kamera abgeschreitend. Das ist hier in der Blinkkreis. Das ist hier in der Blinkkreis selber. Dann haben wir hier die Zeitkreise. Saskia. Benni1431996 ist nun schon drei Monate dabei. Geile Sache. Ich habe hier noch den Rechensbild mit dem Start des Mautos. Ich habe hier noch so ein Schreuz, das habe ich hier auf der einen ausblendeten Platz. Und hier oben nochmal schnell drei hier, die ich auf der Pizze und die Spächer zu bewegen habe. Ich mache das halt immer, je nachdem welche Maschine ich den Produkten benutze, dann lege ich das halt auch mal dann mal wieder rum. Und das ist es, im Wesentlichen halt hier schon. Zum Wissen quasi. Dann habe ich hier den Cyborg Fly 5 Choice. Den habe ich für uns, ich mache andere Spiele gekauft, nicht für den Anfahrtraum Simulator. Aber ich habe mir dann aber gedacht, hey, sowieso hast du. Dann kannst du es ja auch einfach mal hier mitverwenden vom Fall für System 4. Und das ist hier ausgesprochen worden. So, dass ich den Cyborg Fly 5 von Front, Entschuldigung, Frontnader. Und zwar haben wir hier noch gewährte Anführungszeichen. Und zwar haben wir zum einen hier an der Seite eine Reihe von Knöpfen. Die hier sind an der Zahl. Ähm, die habe ich logischerweise, bzw. für mich logischerweise gleich mit dem Haar-Traum. Ich habe hier einen Knopf, das sehe ich hier für die Leuchte. Ich habe hinter dem Zugweg dann den U-Begrafen. Ich habe hier noch 1, 2 Klöppeln. Und dann habe ich den Cyborg Fly 5 von 8, 2, 3, 4 und das treiben Guckstück festgefallen. Dann habe ich den Cyborg Fly 5 von 4. Dann habe ich den Cyborg Fly 5 von 4. und die Eingabe-Grufe noch unten vorwiegend aussehen. Und aktuell habe ich hier jetzt meine 3,5 und 7. Und jetzt noch den Zeben-Beschneider, und ich veröffentliche das An- und Abschalten des Helpers. Optional habe ich hier eben noch so eine kleine Maus. Das ist hier auch noch die Kanäle. Das muss die Treib-Videos. Und das sind im Wesentlichen meine Eingabe-Grufe. Die Einstellung des Lenk-Grades, ähm, und ich habe hier eine Logitech-Software. Oh, entschuldige, bitte ich mal. In der Logitech-Software habe ich das Lenkrad mit einer 29 Grad Lenklinie eingestellt, und was das Lenkrad eben auch kann. Und die Eingabe-Einstellung der Zone 0%. Das bedeutet, dass ich das Lenkrad fertig bin, und das Spielwert gewünscht. Und das sieht sofort auf jede Bewegung des Lenkwades. Manche sagen, oh, 9 Grad, dann schaue ich mir einen ab. Manche können, dass ich das. Und dann habe ich ein bisschen eingestellt, und ich habe eben noch so ein kleines Gimmings- und Lenklauch. Und damit kann ich also schnell wenden mein Leben, dann kann ich eben so bewegen. Da wir yang buche aneinander, aus dem Fall die Einschämungen. Ja, soweit es die Eingabe gesehen wird, in Einschämungen soll ich da noch Fragen geben. Ich würde mich dann hierher zu bleiben. Das ist natürlich ein ganzes... Und das ist ja ein ganzes... Dirk unterstrich 73 lässt seinen Primesok hier Danke für den Support Dankeschön, Dirk Aber nicht nur Dirk sondern auch der Baumbart vor 10 Minuten mit seinen 12 Monaten der Benni vor 5 Minuten mit seinen 30 Monaten Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend Freunde, recht herzlich willkommen endlich wieder zurück zum LOWZ im LS22 auf unserer neuen Karte also was heißt es ist keine neue Karte ähm heißt es eine alte bekannte Karte, hab ich auch immer gesagt es ist eine alte bekannte Karte aber eine Karte, die für uns genau das bietet ich sag mal im Großen und Ganzen was wir brauchen und zwar Vierfach Karte viel Fläche aber nicht übelst große Felder und genau das bietet die Landersum man muss dazu sagen also die Landersum ist eine wunderschöne Karte man muss dazu sagen wenn du eine Vierfach willst mit diesen Aspekten gibt es nicht viel da draußen sehr sehr wenig Vierfach Karten ist ähm wohl äußerst ähm ja umfangreich deshalb gibt es gar nicht so viel spiel ich im Multiplayer äh Quentin äh ja wenn du uns noch nicht so lange verfolgst mein Name ist Herr Kraple und mit dem Team L.U. Wohnzimmer spiel ich im Multiplayer Moinsen an alle da draußen einen wunderschönen guten Tag Calimero Moin ist jetzt ein wenig reizüberflutend aber sein muss muss sein nein ein Multi-Link gibt es nicht denn Multi-Link gibt es bei mir im Prinzip nicht ähm weil ich mich hier auf meinen Stream konzentriere aber was du machen kannst ist ausrufezeichen L.U.W.Z dort ist auch der ähm der Tobi mitgelistet und dort siehst du dann ja eine entsprechend andere Perspektive wenn du das möchtest Stock oder habt ihr die Karte angepasst ähm wir haben die Karte angepasst haben aber jetzt keine übelst riesengroßen Änderungen gemacht das haben wir auf dem Hof was gemacht eine BGA umgefuddelt und Textur angepasst wir gucken es uns dann aber gleich noch an ich find's schade dass mir das Stream-Ankündigung schon gespeudert wurde welche Map was soll man da jetzt wir erfinden erst Rat nicht neu es kamen zuletzt Gerüchte ja L.U.W.Z die Streamung da wird eine neue Karte released die gibt's dann im Discord zum Download äh ne Leute ne muss man aber ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen außerdem war es ja noch ein paar Stunden davor Kasti Dankeschön ähm hier dauert aber noch ein bisschen mit dem Einzug ich warte nämlich noch auf ordentliches Internet also Internet für zu bearbeiten dort reicht aber zum Upload reicht für das nicht aber morgen fahre ich wieder raus und dort morgen dreh ich glaube ich das Video das erste Video dort vor Ort mal und dann geht's eigentlich Schlag auf Schlag ähm Krusty bleib einfach dran schaust dir an wir erklären gleich alles in Alluro okay Geysi Moin so ähm bevor ich hier abschweife ähm werden wir hier mal in die Vorbereitung gehen was ist denn das schon wieder von Schatten ich hasse es das wird sich alles ändern das wird sich alles ändern ich hasse diese Schatten siehst du mit deiner Wohnung oder nur das Büro wie ihr habt also nicht die geupdatete Version nein warum sollten wir nö wir haben uns das für uns so ein bisschen hergerichtet was für Maps kannst du empfehlen die Alpenfeeling haben die Dürrenrot ähm weil gerade geschrieben wurde sorry ich weiß nicht mehr wer es geschrieben hat aber das Fest mit der Dürrenrot gerechnet wurde wir haben klipp und klar gesagt wir gehen auf eine Vierfach die Dürrenrot ist keine Vierfach und würde auch gar nicht unseren Ansprüchen ähm genügen was das Thema Feldfläche und Feldmenge angeht wird ein Savegame kommen? nein wir haben die Karte umgebaut sofern bringt ein Savegame wenig also das gleiche wie auf der Rade es wird von uns keine Savegames geben die Savegames gab es am Anfang wo alles noch Vanilla war und man auf Vanilla Karten gespielt hat da konnte man das machen aber jetzt macht es keinen Sinn mehr ich finde immer witzig in der Nestgröße und statt um 25 Grad gibt es maximal 100 Euro Leitungen jetzt auf dem Dorf mit 1500 Euro gibt es 1 Gigabit ja ja weil du in der Stadt musst halt gleich die ganze Straße aufreißen von einem ganzen Straßenzug aber es kostet eine Million mal mehr wahrscheinlich keine Ahnung die Landerse wundert mich ein bisschen hätte eher sowas wie eine leicht umgebaute Benz eine leicht umgebaute Benz Flo Flo hättest du eine Ahnung was das für eine Arbeit gekostet hätte die auf einen 22er Standard zu heben außerdem das ist doch viel zu riesig dort ne 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 potenzielle Karte im Pre-Testing es gibt keine Karten im Pre-Testing gibt's nicht es ist nicht so dass wir uns nicht umgehört haben aber gibt's einfach nicht deshalb ist die Entscheidung darauf gefallen die Landerzoom zu nehmen und es ist ja auch keine schlechte Karte um Gottes Willen die Landerzoom ist ein schönes Stückchen Land genau das ist richtig in der Stadt ist es nicht ganz erträumt wie Geisy das sagt absolut korrekt ähm Sply es reicht wenn du einmal die Frage stellst wenn ich eine Antwort für dich habe antworte ich dir und die Karte die du erwähnst kenn ich nicht keine Ahnung kann ich dir nicht beantworten noch nie gehört ja also wir sind halt auch kein Team irgendwo was dann sagt oder zu einem anderen Team geht und sagt so hier wir sind's ja wir sind's jetzt gebt uns mal schon mal eine Karte im Pre nein wir haben das abgekloppt haben gefragt hey Jungs wie sieht's denn aus ähm wie lang dauert das bei euch noch und im Regelfall kriegst du dann immer die Antwort oh das ist das hier und da und dort und es zieht sich einfach noch und das ist okay das ist okay wir würden niemals sagen okay können wir die vorher schon mal haben ne also wir sind dann nicht irgendwie groß äh anklopfen gegangen hättest du aber auch mal im Stream gesagt dass ihr nicht auf die Landetzung geht das stimmt das ist ne ganze Weile her ähm ne ganze Weile her wo ich das mal behauptet habe und das Team hat gesagt wieso denn also du es gibt's da draußen nicht so viel und letzten Endes ist ja auch wenn 5 6 Teams auf einer Karte spielen es ist trotzdem immer wieder ein anderes Team äh ein anderes äh ein anderes Spiel und deshalb habe ich mich dann überzeugt und gesagt ja es stimmt was willst du sonst machen muss man ganz klar dazu sagen aber die Landetzung ist auch ne coole Karte und wir gehen gleich etwas ähm auf das Projekt ein die Landetzung hat tatsächlich perfekte Feldgrößen da ist wirklich von allem ist dabei von 1 oder 2 Hektar bis 40, 50 und das ist schön und viel Weg das wollten wir ja auch haben bei anderen sieht man halt äh ja genau und das ist der Punkt bei uns ihr kennt uns ja ihr wisst ja auch dass wir 6 Stunden in der Woche quasi spielen vielleicht wird's jetzt im Offen bisschen vielleicht auch mal auf dem Freitag aber ihr wisst ja unsere Kernspielzeit des LU Wohnzimmers und unsere Abwechslung kommt durch die verschiedenen Felder wir haben halt viele verschiedene Felder verschiedenste Größen und es wird immer wieder andere Felder auch mal zu sehen geben andere Wiesen und 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 also auch quer verteilt aber das gucken wir uns auch gleich an Grüß dich Jens Feli Moin Schlepper haben wir auch alles äh andere Schlepper als vorher klar und man muss auch noch dazu sagen das sagen wir auch gleich alles wir landen uns um 22 mit 19 wir haben es um 19 noch nie gespielt ich kann da nicht viel zu sagen kann ich überhaupt nichts zu sagen Splay abwarten abwarten Brandy Moin wir waren schon auf der Landersum bevor sie cool war ach leg dich doch wieder hin Eppi Moin Elite Kurmi guten Abend Schlepper ach scheiße ich muss noch was runterladen ach scheiße ich muss noch was runterladen da müssen wir noch mal scheiße was wechseln wir denn jetzt Cam Cam geht klar nicht dass wir hier am Passwortmanager gemeinsam drin rumwühlen das wäre ja auch nicht so geil ne für mich die die Vorbereitung ist alles ey frag nicht die letzten wochen frag misery nicht. Frage einfach nicht. Du weißt nicht, was alles ist. Also, nee. Es ist halt auch, ich hab's ja euch ja auch schon in Storys gesagt, das gilt ja für die Lander Zoom oder für das Projekt hier genauso. Bei mir überschlagen sich halt die Dinge, was sehr schön ist, sehr positiv ist. Aber bei mir überschlagen sich einfach die Dinge, so dass es schwierig langsam wird. Sehr, sehr schwierig langsam wird. Alles vernünftig, so wie es sich gehört, unter den Hut zu bekommen. You know? Was für ein Detail ersetzen? Update. Ah ja. So, jetzt gehen wir aber da rein in den Koffer. Habt ihr einen Zeitplan, wann ihr immer streamt? Äh, jo, Dienstag und Donnerstag 20 bis 23 Uhr. Hallöschönen. Ist die meisten fürs Ready-Lander-Zoom? Äh, ja. Eigentlich jede Karte. So, was jetzt? Ist einfach nicht da. Immer wieder das gleiche Problem. Was fehlt jetzt noch? Irgendwas fehlt noch. Ne, es fehlt nichts. Es ist mal wieder das übliche. Muss ich mal alles nochmal vom Server runterladen. Oh, wie ich's hasse. Das ist jetzt auch relativ häufig bei uns, wenn noch ein, zwei Änderungen gemacht werden. Und es dauert jetzt mal kurz noch zwei Minuten. Entschuldigung. Ein, zwei Änderungen gemacht werden, muss ich meistens alle Monster mal runterladen. Direkt vom Server. Es ist eher eine Frage, ob eine Karte PNH, äh, oh ja. Oh ja. Ich bin auch, ich bin ja, klar, das passiert jedem. Ja, Minute noch. Mein Lenkrad, 900 Grad. Die Traktoren haben ja in der Regel keine 900 Grad. Aber ich hab's auf 900 Grad eingestellt. Also ich kann das am Lenkrad selber schnell verstellen. Und da gibt's diese feine Einstellung gar nicht. Dafür müsste ich in den Treiber reingehen. Ja, ähm, Pamsen Hoses macht durchaus Probleme. Dazu können wir aber vielleicht auch noch im Laufe des Spiels eingehen. Wir haben's aktuell deaktiviert. Kassi, freut mich auch. Umluft oder Ober-Unterhitze? Na, beides. Also bitte, also Ober-Unter-Umluft. Ja, die, also es gibt tatsächlich auch über 1000 Grad oder sowas, was auch ganz gut sein soll. Das hat ja immer, ähm, äh, äh, Michi gesagt. Oh, ich find die 900 Grad, find ich auch sehr passig. Also, das kommt doch mit dem Spiel gut hin. No? So, Mods. Das ist ne schöne Playlist. Danuk D im Übrigen. Für all diejenigen, die es interessiert. Bjarne, Moin. Also, Bjarne 923. Ach, das ist ja mal wieder klar. Kaum geht's mit LUVZ in den LS22. Erzögert sich alles, wie immer. Ja, also, wir gucken mal, was wir draus gemacht haben mit der Landersoom. Das ist jetzt natürlich keine Karte, die sonst wie umgebaut ist. Ähm, aber wir haben schon was dran gemacht. Campervirus unterstrich 911 ist nun schon 11 Monate dabei. Wie wir es so machen, ist vielleicht nicht so. Geile Sache. Moin Moin und viel Spaß beim Großprojekt. Stabile Größe an das Team und den Chat. Campervirus, vielen lieben Dank, mein Lieber. Richtig aus. Dankeschön für deine 11 Monate. So, die können wir später einblenden. Chris, grüß ich. Also, wenn du am Samstag, abgesehen vom Ausgang, auch sehr gut gefährden. Wollte mich freuen, wenn du so ein Zusammensetzung mal wiederholt, mit Sicherheit. Der Ausgang war für mich in der Tat nicht ganz glücklich. Ich habe mich auch schön verzettelt. Ähm, aber das geht mir richtig auf den Sender hier. Das ist ja furchtbar. Digga! Oh, das Mann, ich muss da mal noch was rumbauen. Sekunde. Das ist ein ganz ekliger Schatten. Ich kann damit langsam nicht mehr leben. Mannsalter, Fünferbombe, schon wieder. Vielen lieben Dank dir für deine Fünferbombe. So, wo ist meine Maus? Ja, ähm, was ich sagen wollte, ich hatte real betrachtet, eigentlich gar keine Chance, weil ich als Realismus spiele, also die, Mario zum Beispiel, ne, ultra coolen Plan gehabt, ultra, ultra krass, einfach nur, ne. Ich komme als Realspieler gar nicht auf solche Ideen und mir war es schon im Vorhinein klar, ähm, dass ich dort definitiv nicht den Sieg hole. Ich hätte aber noch nicht gedacht, letzter zu werden. Aber egal, ähm, fürs nächste Mal bin ich gerüstet und dann kommen wir vielleicht weiter vor. So, ich lasse die Musik gleich mal aus. Entschuldigt bitte die Verzögerung. Hallo, hallo, hört ihr mich? Hallo, hallo, hallo. Moin, moin, moin. Wir müssen jetzt nicht zuletzt auf der Karte sein. Ich muss da auch noch kämpfen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja Gott, hier muss man erst mal finden, ne? Er lässt mich nicht. wo ist denn hier, äh, 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 ah ja, das war in der falschen Halle, das wird noch häufiger passieren. Äh, äh, moin. Moin. Moin, moin, Hello. Wer fehlt denn noch? Wo müssen wir noch warten? Ja, warte, ich, ich, ich bin gleich da. Achso, entspannt, ganz entspannt. Ich bin ja auch spät, dann noch ein bisschen Musik anmachen. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht da, ich hab gerade die Allmots-Datei von meinem Server geladen, das kann natürlich nicht passen. Das, ja. Jo, Berchi ist auch da, Berchi hört aber nur auf einem Ohr, der hat noch ein bisschen Halbkinddienst, aber Berchi ist auch wieder mit da. Also die Besatzung in Summe ist, wie sie geblieben ist. Äh, Berchi ist jetzt mal wieder mit einem Schlüssel. Jawohl. Ja, oh. Hm? Das freut mich natürlich. Ja, hier stehen sie ja alle. Ja, Partybänke aufgebaut, wunderbar. Hahaha. Genau, gewonnen hatte der Mario. Aber mit auch, also doppelter Punktzahl. Ja, warum hast du noch nichts auf dem Grill liegen? Na, hab ich schon aufgefressen. Einfach enttäuschend. Ey, ich hab gegrillt, ist schon alles in mir. Ich grüße, also ich soll euch vom Chat auch alle grüßen. Das ist schön. Ja, Leo, grüße zurück. Ja, grüße auch von dieser Seite an das ganze Team. Grüße an Tobis. Hier wieder ich gerne. Also immer noch dieser scheiß Schatten, ich werde wahnsinnig. Ich gehe den Schatten nicht. So, wir warten mal noch auf die Kollegen, bis sie alle da sind. Und dann legt man los. Aber ja, vielleicht kann ich ja schon mal das unoffensichtliche im Escape-Menü zeigen, bevor wir warten. Oder solange wir warten. Soll ich mich wegmuten, Tobi? Wir lauschen mit gespannt und machen auch das Escape-Menü hier auf. Okay. Und versuchen dir zu folgen. Also ich drücke zum Beispiel jetzt mal die Taste X, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie, wo, was. Was wir hier sehen, sind drei verschiedene Farben, wobei die orange eine Farbe hier und hier oben, ich mache mich, ich bin eigentlich nicht im Weg. Das ist für den Lohner. Ihr wisst ja, beim LUW-Set ist es so, dass immer viel getestet wird und gerade auch Tino mit seinem Synthrak sowohl, aber auch als andere Leute eben gerne mal ein bisschen rumfuddeln und da ist es in einem wirtschaftenden Betrieb immer schwierig, zwischendurch mal irgendwas komplett neu zu kaufen, was ein paar hunderttausend kostet. Deshalb hat das LU nach wie vor eine eigene ID, ist aber jetzt um einige Leute stärker geworden. Und zwar sind das die Leute, die es nicht immer einrichten können, im Großen und Ganzen, immer Dienstag und Donnerstag dabei zu sein. Die haben wir auch am Lohnerhof geschoben und dort haben wir auch ein bisschen andere Technik. Dazu kommen wir dann aber gleich nochmal. Das nur am Rand, auch zur genauen Aufteilung kommen wir dann gleich nochmal. Das Gelbe ist ausgehend von der L4, die wir dort sehen als Betrieb, die BGA und die BGA hat auch eigene Flächen. Dazu kommen wir dann auch nochmal, wir werden dann gleich im Anschluss, wenn alle da sind, nochmal ein Ründchen auf dem LU-Hof drehen und dann gucken wir uns mal ein paar Stationen einfach an, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie, wo, was. Die blauen Flächen, das sind die Flächen des Milchviehbetriebes und ich würde sagen, quasi des Hauptbetriebes. Dort sind alle aktiven Spieler versammelt, die also da Dienstag und Donnerstag auf jeden Fall schon mal mit am Start sind. Und dort Sorry, ich habe gerade ein Dünch in LÖ drin. Und dort konzentrieren wir uns nur aufs Milchvieh und natürlich den Ackerbau entsprechend an der Stelle. Also kein Schweinebetrieb mit drin. Und dort haben wir relativ viel Fläche, möchte ich sagen. Wie viel genau, das kann ich euch jetzt nochmal in meinem Chat zeigen, dem anderen Chat lediglich sagen. Danke für den Support, hoch fast vergessen, D. Wir haben in Summe 447,56 Hektar zu bewirtschaften. Davon sind 194,4 Hektar Ackerfläche des Milchviehbetriebes und 138 Hektar Graslandfläche des Acker- oder Milchbetriebes. 115 Hektar kommen dann noch zur BGA hinzu, was sie an eigener Fläche hat. All das werden wir gemeinschaftlich bewirtschaften. Und zwar gemeinschaftlich auch übergreifend. Wir werden nicht gegeneinander arbeiten. Wir sind wirtschaftlich getrennt. BGA, Milchviehbetrieb sowie das LU werden aber zusammenarbeiten. Es wird auch Rechnungen geben, aber nicht für alles und jeden einzelnen Schritt. Denn das haben wir zu seiner Zeit auf der MVP gelernt. Das geht nach hinten los, weil dann wird das so teuer, dass jeder sein eigenes Süppchen macht und das LU gar nichts mehr zu tun hat. Aber auch dazu kommen wir dann entsprechend noch. Die BGA wird durch drei geteilt. BGA als selbst dann einen Anteil zum LU und einen Anteil an den Milchviehbetrieb. Das heißt, das was erwirtschaftet wird, wird durch drei geteilt. Ein Teil muss bei der BGA bleiben, weil die muss ich selber weiter finanzieren. Denn die laufenden Kosten sind auch nicht ohne, sag ich mal, bei der BGA. Wir haben sowohl gekaufte als auch gepachtete Fläche, wobei der überwiegende Teil gepachtete Fläche ist. Jetzt kann man sagen, es gibt ja den Pachtmod, mit dem man das hätte realisieren können. Da kommt aber das große Aber. Ich weiß nicht, wer von euch alles mit dem Pachtmod spielt. Der Pachtmod hat den Nachteil, dass die Preise viel zu krass sind. Viel zu hoch, viel zu teuer. Jetzt sind wir also hergegangen und haben uns gemeinschaftlich überlegt, was machen wir jetzt? Passen wir den Pachtmod an oder machen wir das irgendwie anders? Bei dem ersten Rennen ist uns aufgefallen, dass man den so weit prozentual nach unten drehen müsste, dass er gegebenenfalls vielleicht gar nicht mehr funktioniert. Also haben wir uns dazu entschlossen, beziehungsweise eher an dieser Stelle der Thomas, der dort relativ viel Realwissen mit reingebracht hat, sowohl als auch Dirk, der sich auch in Preisen ganz gut auskannte, dazu entschlossen, alle Flächen entsprechend zu kaufen und die Pachtflächen separat dennoch zu führen und haben dort eine entsprechende Pacht ausgerechnet, die einmal jährlich zu überweisen ist. Das ist im Sinne des Milchviehbetriebes sind das 292.770 Euro, die im November zu entrichten sind, auch jetzt hier im November noch zu entrichten sind und bei der BGA das gleiche, die muss 118.000 abdrücken. Na, so bleibt das Ganze auch noch ein bisschen sportlich, auch aus finanzieller Sicht. Ähm, wir sind aktuell, Moment, vielen Dank für euren Support, aber ich bin gerade am erklärt, ich komme gleich zu euch zurück. Ähm, wir sind aktuell im Juni, 1. Juni-Tag starten wir und bitte, ach, ihr seht ja sowieso gar nicht den Kontostand, das ist gut, dann gehe ich da weiter gar nicht drauf ein. Der Kontostand aktuell ist noch nicht gezogen, ich habe es nicht geschafft, ich habe es einfach nicht geschafft. Aber real betrachtet haben wir einen Kontostand von, was war es, irgendwas 360 zerquetschen. Ähm, 1.000 Euro, das muss ich einfach noch eintragen, ihr wisst, wenn man einen Spielstand erstellt, ähm, schiedet man sich erstmal Geld hin. Wir arbeiten jetzt nicht mit drei Schleppern nach oben, weil dann brauchen wir 40 Jahre. Ähm, wisst ihr alle, ihr kennt uns als LOWZ. Wir passen das Geld an, bomben uns aber auch noch einen richtig schmackhaften Kredit hinten dran, damit es also auch dort mal wieder ein bisschen drückt und müssen uns natürlich auch so im Unterhalt relativ viel leisten, denn wir haben Mais Plus mit drauf, wir haben zum Start weg 200 Milchviecher und das wird auch eine ganze Ecke kosten. Gehen wir pleite oder nicht, wie immer, wir werden es erfahren, ich weiß es selber noch nicht. Aber ich glaube, um das mal grob anzureißen, um was es hier geht, schon mal, ohne jetzt die Betriebe gezeigt zu haben, habt ihr schon mal so, ähm, ja, so einen kleinen Einblick, worum es uns geht. Also, ihr seht es auch nochmal, ich gehe nochmal ins Escape-Menü, wir sind wirklich von Nord, Ost, Süd, West, wir haben alle Flächen, ähm, verteilt, das hat auch der Thomas gemacht, dann muss ich hier auch nochmal an der Stelle, also es hat jeder, hier im LOWZ, irgendwo wirklich viel dran gedengelt, sind es jetzt irgendwelche Mods gewesen, die angepasst wurden? Oder Recherche zu Flächen, welche Flächen machen wo Sinn? Ähm, der Thomas, das kommt auch, da kommen wir später nochmal zu, der hat die ganze Acker-Schlag-Kartei gemacht, so eine Mitbruch-Folge und ein Stück geplant, da hinten raus noch und, 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 also es ist, ich glaube, das Umfangreichste steckt hinter den Kulissen, ehrlicherweise. Ich habe den Spielstand noch gemacht und BGA und so weiter und so fort und die anderen haben an Mods gedreht und Tobi war im Urlaub und Hallo, 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 ganz unbeteiligt war ich auch. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, ja, gut, der Chris schreibt, der mit dem Pachtmod um 30 vor klein und null Problem, aber ich bin noch mit 28 Tagen, so. Wir spielen nicht mit 28 Tagen, wir spielen mit 4 Tagen pro Monat. Ja, das, oder pro Jahreszeit? Ne, pro Monat ist das, 4 Tage pro Monat, passt ganz gut, so ist ein Tag natürlich irgendwo laut Adam Ries, äh, eine Woche, in etwa simuliert hier. Ja, ähm, ich glaube, erst mal so, im Groben und Ganzen. Die Feinheiten, was fruchtvoll geplant und so weiter und so fort angeht, auch BGA und so weiter und so fort, ich glaube, das müssen wir an entsprechender Stelle dann machen, ne, wir, wir sind jetzt im Juni die Gerste schreibt und werden dann entsprechend, nachdem wir uns die Betriebe angeguckt haben, in die Gerste starten, ähm, und dann müssen wir Stück für Stück zu den Themen kommen, sonst sprengt's das einfach, meines Erachtens. Wer das anders sieht, kann hier gerne, gerne noch mal was zusagen. Überhaupt kein Thema. Ja, dem ist erst mal nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Genau, der Surfer läuft wie immer nicht durch, wie gesagt, wir spielen sechs Stunden in der Woche, sagen wir mal, auch ein bisschen, von mir aus auch ein bisschen mehr, weil es wird viel zu tun geben, da kann auch mal ein oder anderem oft was machen oder mal auf den Freitag, schmiede lässt aber, das läuft nicht durch, weil dann ist, das wird mir nicht packen, wir packen das, nicht so viel zu spielen, tatsächlich. So, wir sind alle da, dann quatsch doch noch mal ganz kurz, ich muss mich mal eben schnell noch bedanken, also nur drei Sekunden, ich bin sofort wieder da. Eins. Ja, guten Sachen. Also erst mal Tom, Dankeschön für deine 20 Monate, Skill aus 23 Monate, vielen lieben Dank, Erste Snake, Dankeschön für deine 3 und Martin, Dankeschön für deine 5. Vier Monate pro Monat, das ist kein LS-Zocken, was will man da schaffen? Ja, LS, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, danke, dass du eingeschaltet hast. Mach's gut. Mach's gut, Mann, mach's gut. Glück auf. Kommt dir, Glück auf. Entschuldige, entschuldige den kleinen Hieb, aber, ich will den Dolch haben. Du? Den kriegst du aber nicht von Felix, mein lieber. Flex mir ab, hat er bei dir Dolch? Matze unterstrich, die Ds, schon 11 Monate dabei. Geile Sache. Oh, da bist du dir die Chance. Ich muss vorsichtig sein, ich weiß ja nicht, was da draußen passiert ist. Das könnte auch gefährlich werden. Ich hab da auch ein bisschen Angst. Ich wollte gerade sagen, dass hier immer keine Zuschauer mehr, weil die alle gebannt sind. Ich muss sagen, so ein bisschen Angst davor habe ich auch, aber ich wäre fast schon tendiert und geneigt dir, das zu geben. Dann muss man sich das nächste Mal vielleicht im Chat lesen. Haben wir Mais Plus dabei? Ja, Mais Plus ist aktiv. Jo, so ist das. Gefährlich, gefährlich. So Freunde, wir stehen jetzt hier auf dem Hof vom L.U. Warum? Das L.U. hat natürlich eine wunderschöne Biergarnitur und einen Grill. Deshalb werden wir uns überwiegend hier zum Startweg treffen, so wie wir es auf der Gemeinde Rade bei der Traktorhalle gemacht haben. Also bei der Halle halt. Matze, Dankeschön für deine 11 Monate, Mann. Und wir haben hier auch hier unser Firmenfahrzeug. Adrian, du hast das so herrlich aufgestellt. Möchtest du dazu irgendwas sagen? X-Klasse. X-Klasse, Bruder. Mercedes. Digga, Mercedes. Mercedes. Komm in die Gruppe. Ja, nee, unsere schicke X-Klasse. 200.000 Euro. Minimum. Mercy, Digga, Mercy. Komm in die Gruppe. Adrian hat den noch ein bisschen umgetüttelt, simpel IC rein und vor allem, jetzt weiß ich gar nicht, welche Taste ich da drücken muss. Steuerung G, meine ich. Steuerung G. Nee. Nee, nee. Drück E und dann wird sich rumgesetzt mit String G. Ach ja, sowas, genau. Steuerung. Was? String G. Nee. Doch. Aber bei mir geht das. Bei mir auch. Links. Ich sitze hinten. Und dann. Ja gut, wenn voll ist, ja, ja, lol. Voll, voll ist ja. Aber ihr seht's schon, ne? Ich sitze mal wieder in der Mitte. Ey, wir fahren noch nicht, wir fahren noch nicht. Mach doch mal alle die Tür zu. Ich fall da doch raus, Mensch. Mein Zweifahrer war mit drin. Wenn wir immer mal über die Landschaft düsen müssen und die Distanzen sind ja hier dann doch schon ein bisschen dicker, dann können wir hier auch mal ein, zwei Leutschen mitnehmen und mal drüber ballern. Das werden wir, ich weiß nicht, ob wir von hier aus, wir haben eh nicht genug Fahrzeuge, dann zu den Stationen gehen oder ob wir hinspringen, sag ich mal, um das ein bisschen abzukürzen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Denke ich auch. Inzwischen wird es wirklich viel sein, außer Feld. Richtig. Ja, kannst du mal zum Händler fahren, paar Paletten holen, paar Säcke holen, hinten auf der Ladefläche, das ist schon... Genau, auf der Ladefläche auch. Man kann das hier mit N, irgendwas hier auch und nochmal hier eigentlich. Da musst du einsteigen, glaube ich. Dann können wir auch endlich den kleinen Anhänger wieder nutzen, den wir immer in Italien hatten, ne? Ja, der geht. Ja. Mit den Alufelgen, der war geil. Ich weiß gar nicht mehr. Naja. Naja, auf jeden Fall können wir mit dem auch mal Kanister, Diesel hin und her und es können mal ein paar Leute mehr mitfahren. Das war auf jeden Fall wichtig. Ich hatte erst irgendwas Amerikanisches, da habe ich wirklich Faustandrohungen bekommen. Deshalb ist es jetzt der Mercedes geworden. Aber ist ja okay, wir brauchten einfach ein Auto. Das ist ja echt ein schickes Modell. Ich hatte auch noch Vorschläge eingebracht, aber da hieß es dann was Gutes. Genau. Ja. Ja, das war dann auch schwer daneben, muss man dazu sagen. Ja, ja. Das war natürlich grober Schnitzer. Ja, ganz klar. Ja, wir sind auf dem Lohnerbetrieb und die Lohner sind jetzt in diesem Falle heute aktiv mit dem Tino, der natürlich wieder Lohner ist. Der Martin nicht. Doch, der Martin ist auch auf dem Lohnerbetrieb. Thomas, der fehlt heute hier auf dem Lohnerbetrieb. Ist aber auf jeden Fall auch federführend mit da. Der hat auch alles mit eingerichtet. Berg wird auch auf dem Lohnerbetrieb hier mit am Start sein. Und der Jens, wenn er mit am Start ist, dann sicherlich auch. Also es sind schon ein paar Leute mehr als vorher. Und vielleicht wollt ihr ja, Martin, du hast glaube ich auch ein bisschen mit eingerichtet. Vielleicht rennen wir hier mal kurz drüber und gucken einfach mal im Groben, was wir hier stehen haben. Oder wie der Betrieb aufgebaut ist. Was ist das? Warte mal gerade. Was steht da drauf? Oh, ist das eine Joni oder ist er? Oh, oh, oh. Oh, oh. Keine Handschuhe an, eine John Deere Hose, das ist ja wohl nicht zu fassen. Da fällt mir ein, im Juni ist eine Joni auf. Oh, das ist hier. Warte mal, ich tue es mir noch mit der verreißen MyBix hier. Was? Was ist los? In die Runde. Schöne Grüße an alle. Engelbett Strauß, alles klar. Ah ja. So, hier, da ist Wildvieh. Das ist dann, können wir schon mal das Rolltour runter machen, das ist dann für später. Lohnerbetrieb. Lohnerbetrieb sind wir hier, das lässt sich jetzt hier bei den ganzen Icons gar nicht mehr so richtig erkennen. Aber Lohnerbetrieb ist neben der ursprünglichen BGA und ich sage bewusst ursprünglich, denn das gucken wir uns auch gleich an. halt wirklich im Betrieb mit viel, ja, mit viel Unterstellmöglichkeiten, die ja scheinbar auch gebraucht werden. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht führt das jemand anderes hier mal vor. Martin, führ du das nochmal vor. Was haben wir hier? Warum ausgleich dich? Ich bin der, der am wenigsten beigetragen hat zum Einrichten. Deshalb ist jetzt deine Chance, deinen Teil zum Lohnerbetrieb beizutragen. Ja, okay. Zuerst mal ist das hier, haben wir hier unsere, kommen wir bei dem schönsten an, unsere Tanker. Jetzt kommt der richtige für's vorstellen. Was? Nämlich? Ach, der Thomas. Martin, das eingerichtet hat. Ja, ich bin gerade noch am Moddownloaden. Wie lange dauert es denn noch? Habt ihr die Map geändert oder nicht? Seit vorgestern. 28. Zuletzt, neulich. Nö. Nein, nein. Sind heute noch ein paar Dinge dazugekommen. Aber vielleicht möchtest du aus dem Offen ein bisschen was zum Betrieb erzählen? Du hast den ja im Großen und Ganzen eingerichtet, du hast viel, ich sag mal, strategisch hiermit entschieden. Und wir rennen hier einfach so ein bisschen rum und gucken dann mal zu dem, was du erzählst, was wir da so haben. Wo seid ihr jetzt? Beim Lohnunternehmen? Wir sind beim Lohnunternehmen, genau. Und wir sind jetzt dabei, einfach mal rumzugucken, was gibt's hier, wie ist der aufgestellt? Ja, aufgestellt ist ganz rechts in der Ecke, da stehen ja die zwei Häcksler komplett mit Graspickup, Mais-Schneidwerk und Direktschneidwerke. Ja, da fliegen wir mal schnell hin hier. Da wollen wir eben hinflitzen. Da haben wir ein Katana 8,50. Genau, Katana 8,50 und einen Jaguar 89 und das Ganze dann halt mit 9 Meter Schneidwerken für den Mais jeweils und 6 Meter Direktschneidwerke beide. Ja. Deswegen habe ich mich auch bei dem Glas gegen das Glas entschieden, damit wir halt beide gleich sind, dass wir auf einem GPS-Kurs fahren könnten. Ja, genau, weil, das nur ganz kurz gesagt, GPS, also GPS auf dem Dach auch super, aber GPS-Häckseln wird natürlich auch noch ein Riesenthema werden die nächsten Tage machen. Ja, und dann haben wir halt noch, ich muss doch noch ein paar Emots runterladen und dann halt noch eine Graspickup, falls der Milchviehbetrieb gerne das Gras gehäckselt hätte beziehungsweise auch, wenn wir für die Biogasanlage Gras häckseln müssen, weil Ladewagen und Gras fahren ist bei der Biogasanlage nicht so toll. 2.200 Steine vom Acker du Maschine. Bei über 100 Hektar Gras werden wir das definitiv auch mit den Anspornen. Röhne, 3.200 Bits, sage ich jetzt mal. Bevor man es dann in den Winter verkommen lässt, kann man es auf jeden Fall dann noch häckseln für die Biogasanlage. Ja, unbedingt, da möchte ich noch kurz was einwerfen. Ich hatte das vor einigen Streams mal in den Raum geworfen und es hatte mir ein netter junger Mann auch nochmal geschrieben und eine Sprachnachricht auf Insta gemacht, der da auch nochmal drauf eingegangen ist, der gesagt hat, wenn es gut steht, dann auch gerne im November nochmal, ist kein Thema. Weil das war ja so ein offenes Ding gewesen bei mir, wo ich mir nicht so sicher war, wie, wo, wann. Gut, du hast natürlich nicht mehr so viel Energie- oder Futtergehalt drin in dem Sinne. Ja. Was aber jetzt für eine Biogasanlage relativ egal ist, wenn du die hier mit Mais hütterst, dann kannst du da auch noch was Gras dabei tun. Ja, ja. Aber es ist halt definitiv besser, wenn du die Grasflächen sauber in den Winter bringst, sonst hast du da im Frühjahr das alte Gras noch draufstehen, beim ersten Schnitt schon. Ja. Und wenn das mulchst, hast du so viel Masse eingebracht, das ist halt auch nicht gut. Okay, also den BGA-Betrieb gucken wir uns dann sicherlich als nächstes an, weil er benachbart ist. Gehen wir hier rüber zur Gülletechnik. Die steht da hier gleich daneben. Gülletechnik habe ich ein kleines, es müssten 20 Kubik sein, von Minus Tandem-Fass geholt und ein 30 Kubik Tridem. Ja. Daneben zwei Zubringer, die passen, das sind die kleinsten Kotte mit 22 Kubik. Ja. Die sind halt für Schlepper gedacht. Ja. Und es ist beides mit 24 Meter Schleppschuh. Ja. Oder Schleppschlauchgestängen ausgestattet, damit es halt passend ist für die Fahrgassen direkt. Ja, also das, ja. Ja. Das eine musste ich halt leider außen hinstellen, das 24er Vogelsang, weil das so weit aufklappt. Ja, ja. Dann passt es halt nicht unter das Dach. Das andere konnte ich halt so hinten abhängen. Ich habe, ja, das habe ich jetzt, das war jetzt noch mal dran. Ich habe es jetzt noch mal abgehangen. Das Problem ist ja immer, dass die Dinger wandern. Sobald du das hier angekoppelt hast, fang die Fässer an zu wandern. War im neuen Sinner schon so. Ist jetzt immer noch so, deshalb, ja. Genau. Ich hatte die erst angekoppelt, alle drunter stehen. Das Tandem, das stand auf einmal ein bisschen 45 Grad schräg im Schuppen. Kreissteil. Und das Tridem ist dann komplett rausgewandert. Das stand also komplett draußen schon wieder nachher dann. Ja, ja. Deshalb müssen wir das immer abkoppeln. Das kann aber mal passieren, wenn ein Server restartet wird oder so. Dass es mal wieder anders ist oder es wurde mal versetzt oder was auch immer. Die Leute kennen es ja. Die kennen die Probleme, ja. Ja. So, ja. Dann ist die Ecke eigentlich schon fertig. Eingeräumt sozusagen oder vorgestellt. Ja. Dreifläche. Ja, Dreifläche. Da habe ich im Prinzip unter dem Dach die zwei Drescher stehen. Flexion 7700 mit 9,30 Meter Schneidwerken dran dahinter. Mhm. Dann habe ich noch zwei Güllezubringer für LKWs da stehen mit 30 Kubik jeweils. Die aber leider keine feldtauglichen Reifen haben. Also die müssen definitiv auf befestigten Wegen stehen bleiben weil sonst haben wir da ein bisschen Versinkung auf dem Feld. Ja, um da nochmal ganz kurz Ja, um da nochmal ganz kurz einzugrätschen. Also ich weiß noch gar nicht wie wir es dann genau machen. Ob vielleicht auch irgendwann mal wenn wir es wollen irgendwelche Container dazukommen oder so. Oder ob wie weit Pamsen Hose es dann noch geht mit der Technik. Damit haben wir uns glaube ich noch gar nicht beschäftigt. Weil es einfach tatsächlich das haben wir das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt eben noch deaktiviert haben weil es doch das ein oder andere Problem gab. Wo wir jetzt nicht genau wussten mit was es zusammenhängt. Ist es ein Mod oder was auch immer. Das ist alles ein bisschen tricky. Da bin ich an der Stelle aber auch komplett raus weil ich das einfach gar nicht mehr überblickt habe was die Jungs ja alles durchkämmt haben. Also so sage ich jetzt mal die Felder sind ja eigentlich relativ gut von den Straßen erreichbar und deswegen denke ich mal dass wir da auch ganz gut klarkommen mit. Ja. Und sonst muss man halt gucken sonst muss man halt dann doch noch zwei andere Zubringer dabei holen wenn man mehr aufs Feld raus muss. Aber das kann man dann im Laufe des Spiels erstmal habe ich gesagt dann haben wir zwei große für den Lkw und zwei Zubringer für das kleine Fass dann kann jedes Fass mit zwei Zubringern bestückt werden von der BGA oder vom Milchviehbetrieb oder wo auch immer her dann die Menschen. Wir werden am Milchviehbetrieb sicherlich auch noch einen haben mindestens auch noch einen. Die Wege und Flächen und Distanzen ich glaube hier kannst also das wird schon das wird schon krass. Das denke ich auch. Also wir lassen uns überraschen. Ja. Dann habe ich da noch einen Überladewagen hingestellt. Mhm. Der ist hauptsächlich gedacht für die großen Flächen die jetzt der BGA gehören. Ja. Weil ich sage jetzt mal auf den kleineren Flächen vom Milchviehbetrieb die ja sich bis 10, 15 Hektar bei dem 15 Hektar schlag würde ich es mir noch gefallen lassen wenn da zwei Drescher drauf am Fahren sind. aber da sind ja teilweise auch halbe Hektar oder Hektar Schläge dabei wenn ich mich recht dann sehe. Ja tatsächlich auch ganz kleine ja. Da brauchst du mit dem Überladewagen definitiv nicht anzufangen. Aber für die großen Flächen macht das auf jeden Fall Sinn. Vor allen Dingen werden wir gleich noch sehen warum sowieso. Ja und daneben steht halt bis jetzt schon mal die Quernelandspritze mit 24 Meter und Spot Spraying. Mhm. Das ist schön dass Giants die selber noch mit Spot Spraying ausgestattet hat auf jeden Fall. Genau das ist nicht nur die Quernel nicht nur die John Deere gab sondern dass noch eine Querneland dabei kam war nicht verkehrt. Also wir sind so ein bisschen Vielfalt haben. Ja. Ja und dann müsstet ihr mal hinten in die Ecke wo die vier Tore sind hingehen. Ach so die andere Seite die vier Tore Meinst du die Seite wo die LKW stehen? Nein die wo die LKW stehen entstehen. Nicht da wo die Maschinen stehen hinten ist so ein kleiner Schuppen mit nur vier Toren dran. Ja da waren wir doch schon richtig. Okay. Ah oh Ah oh 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 Ja Die passen auch ganz genau da rein Also da ist wirklich von Wand bis Tor alles ausgenutzt bei dem Reich und daneben stehen da noch zwei Bergmann Häckselwagen Ja Das heißt man könnte dann beim Häckseln ähm dann müssen ja noch zwei Dollys beim Lohnunternehmen stehen dann kann man entweder die Häckselwagen oder die Reich an die Dollys hängen die anderen auf die LKWs das heißt man kann mit vier großen Abfuhrgespannen auf jeden Fall mal beim beim Häckseln unterwegs sein Ja Könnten dann bitte Dirk und Tobi die Halle schließen Ne Da hab ich gerade Nein Nein Für mich innerlich beschlossen will einmal Ich weiß nicht wer von den heute Anwesenden hier die Talbach äh im LS19 verfolgt hat aber ich glaube das ist die scheiß Drecksmist Halle Das ist so ähnlich Das ist doch völlig normal Warum? Ich hätte schon gerade innerlich so einen Reichsparteitag hier Ja ich auch Wenn man mal zwei Tore aufmachen kann Naja die Ach egal Da gibt's einen schönen Clip stell ich gerne dann nochmal rein Achso Ja ja Du musst halt aufpassen mit dem öffnen Schließen Ja ja Es führte zu viel Verwirrung Aber okay Ich war mal so frei Ja danke Super Sehr nett Tobi Goldenes Händchen Holly Ja gut Und dann halt hinten die Halle noch wo die die Drillmaschinen nebendran stehen Moment mal gerade Wir können gerade Tino noch reingrätschen wenn wir hier stehen Ja Na ich habe jetzt die Halle ja mal das Nötigste erstmal für den Syndra reingerückt Ich hatte mir auch noch einen Dolly besorgt Und das sind meine zwei Test Syndra Die werden ja auch demnächst werde ich die wieder zum Test einreichen Das ist einmal sozusagen das Update zu dem was es schon gibt Da kommt dann eben das Isaria Pro kann man mit zurüsten und das der Passenger geht mit Kubota und das andere ist dann eben nochmal eine Spezialversion die auch Skripte nutzt die dann eben nur für PC kommt Da gehen jetzt auch die Türen wieder auf und zu und also die Planen vorne abzunehmen und dran zu machen und die Reifendruckanlage ist auch schon dran Ja stimmt die stehen hier Ja Ne die sind immer die sind tatsächlich immer etwas weiter unten aber das werde ich sicher jetzt ändern können dass die auch wieder richtig Luft kriegen Ja 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 Okay also im Syndra geht es entsprechend auch weiter und den werden wir natürlich auch weiter hier auf der Lander zoomen oder auf welcher Karte wie auch immer in Zukunft irgendwann sein werden Syndra wird sicherlich immer dabei sein irgendwo Ja auf jeden Fall Jo So Dazu kommen wir dann aber später im Einsatz Klappe zu Affe tot wir gehen weiter Du sagtest neben der Halle wo Seemaschinen etc. stehen Genau da stehen zwei Drillmaschinen die habe ich bis jetzt schon mal organisiert für die kommende Aussaat Das ist einmal eine Verderstedt 8 Meter damit die halt passend ist für die 24 Meter Fahrgassen hatten wir uns dazu überlegt und bei den großen Flächen von der BGA macht das denke ich auch Sinn damit 8 Meter loszulegen wie eine 6 Meter und daneben halt noch eine 12 Meter Mais Drille von Vetterstadt Der Plan ist auf jeden Fall noch das Info für euch dass wir auch noch eine 6 Meter Drille in Mais und auch in der für Getreide dazu holen für auch bei euch mit helfen zu können Genau um das nochmal nochmal zwischen zu hauen 24 Meter ist unsere Pflegebreite und eigentlich hat das nur den Grund weil ich glaube Tobi war es auch und ich übelst Bock auf die John Deere Spritzer So ist das Der kann sich versuchen mit Händen und Füßen dagegen zu wehren Ja wir haben gewonnen Genau so und daneben in der Halle dann steht bis jetzt meines Wissens das was ich das letzte Mal eingeräumt habe sind halt die zwei LKWs Genau fand ich sehr geil dass die ich glaube vergangene Woche sind die glaube ich gekommen das passt dann natürlich wie ihr Arsch auf einmal So dann steht da ein 724 mit Frontlader Schlepper den ich einfach mal so als Pflegeschlepper fürs LU und als Haus und Hof Schlepper fürs LU gesehen habe Daneben steht dann mein 942 den ich mir ausgesucht habe ich glaube daneben steht dem Martin sein Serion 4500 Martin ganz dezent unterwegs Ja ganz dezent kommt daneben da kommt die Rauche dann daneben die auch von Martin ist Ja auch das von Martin natürlich auch dezent wenn er schon meint da ist will auch was schaffen Genau Genau so und ja jetzt Boden Bearbeitungsmaschinen oder so was habe ich bis jetzt noch nicht groß darum gekümmert weil ich einfach gesagt habe wir haben jetzt erstmal die GPS Ernte und die Getreide Ernte vor der Tür stehen und was wir dann an Scheiben Ecken oder Pflügen oder Coburn noch dabei holen werden also wird auf jeden Fall größere Maschinen denke ich mal und auch kleinere Maschinen für die großen Flächen bei der BGA zu bewirtschaften und beim Milchviehbetrieb noch mithelfen zu können irgendwo Also wir werden dann auch den Milchviehbetrieb natürlich noch mal kurz angucken und dann auch noch mal auf die Frage eingehen was an der Karte verändert wurde Es ist so wir haben noch nicht alle möglichen Sachen drin stehen die sind von der Storyline technisch her es ist alles bestellt wir haben das schon alles so im kopf wir haben es zeitlich einfach nicht geschafft es ist einfach es ist einfach krass so alles komplett einzurichten und das alles mit so einer runde alter männer und ich ist dann eben ein bisschen schwierig und deshalb da kommen noch viele viele Sachen sicherlich dazu wir haben uns jetzt erst mal wirklich orientiert dass wir einfach endlich loslegen können noch eine Woche weiter warten oder noch mal und noch mal wollten wir einfach nicht sondern wir wollten loslegen also ich kann ja sagen ich habe für allein die maschinen circa vier stunden gebraucht für die dann hinzufahren einzuparken wieder zu tauschen die schneidwerkswagen das war ein rücker kampf gewesen der der dafür sein soll für das 9 meter 30 der war zu kurz den konnte ich an drescher nicht anhängen dann war der der jetzt haben wir eigentlich vom optischen her zu lang aber alle anderen passen einfach nicht also ich habe bestimmt 5 6 schneidwerkswagen versucht bis ich dann gesagt habe okay dann muss es halt jetzt doch dieser hier sein ich hatte mal ein glas gehabt der hat das schneidwerk nicht festgehalten in der luft stehen geblieben wenn ich weg gefahren bin also das war eine lange Geschichte ja glaube ich also die Einrichtung das hat wirklich also ich habe ich habe gewisse sachen auch mehrfach gemacht so wie andere leute auch das was wir auf der mvp gemacht haben das haben wir hier gleich an anfang gestellt und tausend mal alles neu gemacht dazu kommen wir auch gleich nochmal genau falls sich die leute wundern das ist die die hier hatten für die Mulden zum Beispiel ja für die Mulden oder für die Häckselwagen das kann man anwenden ich habe extra gesagt wir nehmen die die von den Häckselwagen sind wegen den ganzen Anschlüssen da dran aber da kann ich auch die Mulde drauf setzen dann habe ich im Prinzip in der Häckselzeit ob wir jetzt gps oder oder Mais häckseln können alle vier großen Mulden laufen ohne dass ich mit vier LKWs fahren muss dann kann ich mit zwei großen schleppen ich sage jetzt mal so ein 942 oder so ein Xerion der macht sich auch ganz gut mit dolly und Sattel auf liegen hinten drauf der Checker schreibt gerade nochmal ich fürchte dadurch dass ihr schon alles und das größte hat verliert ihr den reiz zu spielen das können wir ganz kurz beantworten nein weil wir spielen die Kernspielzeit sind sechs Stunden in der Woche das ist faktisch gesehen nichts aber es ist wirklich sehr wenig und würden wir anfangen irgendwo niedrig und wollen uns hocharbeiten ich weiß auf was du hinaus willst du gehst bestimmt auf Projekte aus wie beispielsweise bei Lens oder bei wem auch immer die sehr sehr viel ackern bei uns passiert nicht so viel als dass wir uns hocharbeiten könnten dann spielen und ich glaube nicht dass das passieren wird deshalb du musst es ein bisschen anders sehen bei uns es ist nicht so dass wir jetzt auf übelste Maschinen hinarbeiten wir wirtschaften und wir wir werden gegen gegen den Verlust arbeiten wir werden gegen die Pleite arbeiten und versuchen uns unabhängig zu machen Tiere mehr auszubauen vielleicht fällt er dazu weg wer weiß keine Ahnung also ich glaube so krass langweilig wird es uns sicherlich nicht bei euch weiß ich nicht wir haben wir sehen wir hatten ja auch schon gesagt das war ja auch so ein bisschen die Gesprächsrunde bezüglich LU also bevor da jetzt die Frage aufkommt das LU wird sicherlich Rechnungen auch an den Milchviehbetrieb stellen für die Druscharbeiten beziehungsweise die Häckselarbeiten oder auch die Güllearbeiten wenn da irgendwas ansteht also und ich sag jetzt mal so klar könnte man das aufziehen wie Lance das aufgezogen hat sich hocharbeiten aber wenn man da so ein bisschen mal mit guckt die sind ja mittlerweile glaube ich innerhalb von zwei Monaten haben die vier Jahre durch gespielt oder fünf weil die sehr viel im Off spielen das wird gar nicht funktionieren dann irgendwo für uns das LOWZ funktioniert nicht und das ist ja auch okay so ich finde das ja auch reizvoll dass du vielleicht die Karte immer häufiger irgendwo siehst wo mehr Leute einfach zusammen spielen ist nicht zuletzt eben der Tatsache geschuldet vierfach in diesem Style wüsste ich eigentlich gar nicht weiter ja es gibt die Bands und solche Sachen die ist aber riesig und bei weit nicht auf dem Standard und ansonsten gibt es keine Karte die so auf diesen ja auf diese Linie aber wir wollten das jetzt deshalb sind wir jetzt hier und ich denke das wird cool ich freue mich da mega drauf was man auch ganz gut vereinen kann ich hab es ja anfangs gesagt mit der Feldaufteilung oder mit den Feldern hier ist ja von bis dabei wir haben Flächen die sind 41 Hektar groß und 35 Hektar groß wir haben aber auch Flächen die sind nur 15 oder auch nur einen halben Hektar oder ein Hektar groß weil wir halt auch die großen Flächen bewirtschaften wollten haben wir dann uns irgendwann dazu entschieden wirklich die großen Flächen nur der BGA zuzuteilen damit die halt bei der ganzen Flächenstruktur bei der Feldplanung nicht uns diese ganze Fruchtfolge durcheinander hauen wenn ich jetzt auf einmal 30 Hektar an einem Schlag habe dann habe ich natürlich die dementsprechend so können wir aber trotzdem die Großtechnik zeigen jetzt vom LU was sage ich mal wahrscheinlich hauptsächlich die Flächen für die BGA bewirtschaften wird und halt auch die etwas kleinere Technik die normale Landtechnik wie sie in den weiten Bereichen sage ich jetzt die größte ist bei uns 17,07 also reiner reiner Acker Wiesen müsste müsste ich jetzt noch mal schauen Wiesen sind auch ein paar da haben wir auch 1,14 bis 14 also wir kommen nicht mal auf 20 Hektar eine Fläche und das ist genau das was wir wollten die vielen kleinen Flächen was in Summe aber sehr viel Fläche abgibt das blaue Milchviehbetrieb das gelbe BGA genau so ist in der Summe haben wir glaube ich an Ackerfläche war das die BGA waren 115 Hektar gewesen und der Milchviehbetrieb war 197 3 194 oder 194 3 plus 138 Hektar Grasfläche also es ist ich weiß nicht wie viel wir jetzt in der Gemeinde Rade wirklich vorher hatten auf jeden Fall weniger ich glaube da hatten wir um die 140 Hektar Gesamt genau und hier haben wir schon fast 140 Hektar nur Grünland also das wird schon sportlich und ja gut zu dem Betrieb kommen wir noch ich glaube hier beim Betrieb sind wir erstmal durch den werden wir noch häufiger sehen und kennenlernen vor allem auf der Rechnung wir können eigentlich direkt mal weiter gehen zum nächsten Betrieb über die Straße von der daneben an ist und der BGA Betrieb ist und hier kann vielleicht zwischendurch Adrian schon mal was sagen was er dort für dieses Areal gemacht hat bevor wir uns das weiter anschauen du meinst jetzt BGA ich meine jetzt die BGA mal hier lang ne Jo Adrian los geht's erzähl was wir gemacht haben grundsätzlich an den beiden Flächen ist erstmal die Flächen voneinander getrennt dass wir einfach diese ja den wirtschaftlichen Aspekt hatten dass war erstmal der erste schritt dann ist die BGA nicht mehr die wie sie in der lander so mal stand die hat der liebe Felix in mühevoller hand arbeit gebaut ist wie Castor BGA genau das ist dazu komme ich dann auch gleich nochmal das ist die Lanity Castor modulare BGA warum wieso weshalb wir uns dafür entschieden dann kommen wir gleich das Areal hier ist auch nochmal leicht Silo hier vorn genau das Silo ist hat im Grunde wieder einen Vorhof bekommen damit man vor dem Silo abkippen kann und es wirklich in das Silo reinschieben kann ja 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 mal gucken ob wir so weit müssen aber ja das wird dirks feuchter Traum hier das kann ich mir nicht geschoben werden das kann ich trauen vielleicht und ansonsten bis auf ein paar kleine gimmicks ist es eigentlich standard genau wir haben wir noch so wetterhäuschen hingesetzt die passen irgendwie fand ich passen der hübschen 36 ist nun schon zwei Monate dabei das hier habe ich sogar falsch gesetzt bitte gibt es dieses mal den Umbau als Download aber scheiß drauf ähm ist er super ja ne die Kamera zeigt halt irgendwo in die Rabatte rein aber wegen der Kirchen wegen der Kirchenklauer so wegen den Schneckern ähm das ist so das ist die Zaunkamera genau so ähm dann haben wir hier noch Durchfahrsilos ähm zwei Stück und wir werden hier auch alle brauchen beziehungsweise benötigen weil wir ja mit Mais Plus spielen und das bedeutet wir haben Mais Silage Ganspflanzensilage und Grassilage voneinander getrennt und deshalb muss man das auch getrennt voneinander irgendwo natürlich führen das ist das Schöne dass das jetzt endlich mit drin ist man muss auch dazu sagen die Planung für den ganzen Kram hier die geht schon eine ganze 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 Weile nur jeder von uns hat halt auch viel nebenher zu tun ich muss das immer wieder erwähnen ähm falls Leute neu dazukommen um das eben aber auch generell nochmal zu betonen das wird das wirklich also ich will nicht sagen zwischen Tür und Angel aber ähm schon irgendwo nebenbei her noch gemacht haben und natürlich in der Zwischenzeit glücklicherweise etliche Sachen gekommen ist äh gekommen sind die für uns ganz treffend war wie beispielsweise Mais Plus ähm Kollis hat Adrian auch gemacht in den Silos die sind entsprechend äh gefixt ähm die Silos sind gefixt das haut hin und kurz zum BGA also wir haben hier hinten ja noch noch zwei Hallen die standen ja hier schon und tanke ich hab ne Grundausstattung hab ich hier glaube ich mal hingestellt äh wir haben ein 8R einfach ich fand das geil mit den mit den Doppelrädern findet auch nicht jeder gut ich finde aber der BGA Betrieb braucht mal einen Schlepper und ein Radlader das ist so um die Grundausstattung zu haben um die ganze Anlage hier am Laufen zu halten das ist von Redcat JCB so wie er ist auch im Mod Hub und bei mir im Download Segment gibt's auch den 8R der ist vom ich hab den Namen schon wieder vergessen das ist halt so ne komische Schreibweise auch auf Discord dass ich den Namen immer nicht richtig lesen kann ähm aber hier werden auch noch andere Fahrzeuge dann sicherlich mal zugegen sein also das ist nur die Grundausstattung der BGA und die wird jetzt auch aller Wahrscheinlichkeit das BGA Gelände selten verlassen ähm warum haben wir keine ich komm jetzt nochmal zur Anlage weil ähm gerade nochmal die Frage kommt warum wir keine Pamsen Hoses haben die Pamsen Hoses haben wir gesagt wir haben einen Bereich für die Pamsen Hoses erstmal um das Prinzip hier zu sagen der ist leer geräumt der ist auch dafür da der große Punkt warum wir jetzt von Castor das Pack genommen haben ist ganz einfach das Pamsen Hoses Pack ist ein DLC wenn uns die Verbräuche oder die Skalierung der Anlage nicht passt können wir daran schlicht und ergreifend nichts ändern hier haben wir eine Castor BGA wenn also ein Mod wenn wir jetzt feststellen hier passt was nicht gehen wir in den Mod rein und verändern uns das ne ohne irgendwie illegalen DLC aufzuknacken darüber hinaus ist das modulare Pack wo wir angefangen haben gab es Pamsen Hoses noch nicht und darüber hinaus ist das modulare Pack von ähm Castor oder die modularen Packs sind auch echt gut also davon mal abgesehen ne die 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 sind richtig richtig klasse ich müsste jetzt hier mal kurz die ID wechseln um die Anlage mal so kurz zu zeigen wo war denn das im Escape Menü also wir haben ähm angefangen ähm von dem Fermenter über Nachgärer über ähm 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 Flüssigfermenter über Gülle Lager also das Ding ist halt da gibt es ein eigenes Video dazu ich werde ihn dann in Betrieb nehmen werde das in einem Video machen und mal ganz in Ruhe erklären wie wir die aufgebaut haben und wie die Funktionsweise davon ist aber das hat schon eine gewisse Komplexität und wichtig ist das Ding muss immer laufen ähm das bedeutet auch wenn wir bei Milchviehbetrieb zum Beispiel mal irgendwo einen Überschuss haben dann fahren wir das halt auch mit ihr her naja und äh weil gerade Louis schreibt die Verbräuche von Pamsen Hose sind auch wirklich nicht toll das war die Grundvermutung weil das schon Vanilla ein bisschen schwierig ist deshalb ist sowas hier immer eine feine Sache und ich habe versucht die möglichst möglichst irgendwie wartet mal ich kann doch hier auch machen wir eben den Flugmodus an ähm ich habe versucht die möglichst dem Original das hier schon stand nachzubauen irgendwann habe ich aber wirklich die Krise gekriegt weil wir mussten immer wieder das ist alles nur platziert da ist nichts über GE also die BGA selber ist nicht über GE platziert ähm ich habe die viermal gebaut glaube ich drei oder viermal habe ich die gebaut weil immer wieder an der Karte noch was zu verändern war dann habe ich mal einen fetten Fehler bei der Erstellung des Save Games gemacht dann haben wir Dinge von der Platzierung rausgenommen direkt in die Map reingesetzt das hat alles Adrian gemacht Adrian hat da wirklich viel geschwitzt sag ich mal ähm aber eigentlich nur weil wir alle so un oder ich so unfähig bin nicht jetzt sonst so also ähm ja aber jetzt steht sie und ich glaube sie wird ganz cool und es wird ganz 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 geil sein die zu befeuern denke ich mal also die Bunker ist auf Größte ausgelegt dann flüssig ähm flüssig Bunker sag ich mal um Flüssigstoffe zuzuführen das geht dann schon richtig vorwärts das ist eigentlich also wir haben hier vorne noch ein bisschen dekorativ eine Waage haben wir wieder reingebracht die andere Waage die drin war hat sich irgendwie mit dem mit dem Silo gebissen so dass wir hier einmal mal noch eine platziert haben das eine da ist ich fand die auch ganz hübsch ich bin wahrscheinlich auch der einzige in dem Team der die hier so ein bisschen fühlt aber ich fand die ganz hübsch ja ich finde die auch gut die hat was das ist alles schon gut so was du da gemacht hast also ich kann ja grundsätzlich nochmal zu dem Thema Map und falls es auch kommt kommt die Map zum Download oder was auch immer also das Hauptaugenmerk war einfach und auch nochmal fetten Dank da an Agrario für sein Bug Report ich habe im Grunde um mich nur an diesem Bug Report entlang gehangelt und versucht alles zu fixen was irgendwo geht weil wir halt auch einfach starten wollten ja und dann haben wir einfach noch solche kleine kleinen Sachen die beispielsweise die BGA für uns halt noch umgebaut also das ist nichts anderes gewesen als das von Agrario platzierte Teil entfernen und wir selber bauen dann im Spiel da eine BGA auf grundsätzlich ist die Map nicht in Riesenzügen verändert nein ja im Detail halt im Detail genau ja und das hat schon Nerven genug gekostet ja das ja vor allem Adrians ja ja man muss ja definitiv ihr müsst euch das so vorstellen wir haben auch dort wieder ein Meistertask wir haben hingeschrieben was alles gemacht werden muss Zuweisung Adrian ne machst dann zwei Wochen Deadline alles Gute so nach dem Motto aber ja ne wir haben hier schon alle auch ein bisschen geschwitzt und überlegt und uns auch zwischen den Streams mal getroffen und besprochen und dies und das wie es halt so ist wenn man ein neues Projekt anfängt sag ich mal da muss immer erst mal ein bisschen geschwitzt werden bevor es angenehm wird ja Alter Dankeschön für deine Fünferbombe da wurden die ein oder anderen Wortgefechte geführt ja das stimmt ja manchmal war ich auch richtig sauer nee also alles alles entspannt so ganz so arg war es dann doch nicht nein nein habt ihr bei den Fixen auch was Agrario an Feedback oder Lösungen zurückgegeben wie gesagt Adrian hat sich an Agrarios eigener Liste langgehangelt wie er es gerade schon gesagt hat also hier ist jetzt nichts dabei was man hätte Agrario noch irgendwo zurückgeben können sagen ey hier pass mal auf hier ist noch was also das bis jetzt zumindest nicht genau Danny Matze Moin ja also so viel zum BGA Betrieb mehr gibt es zu dem jetzt erstmal nicht zu sagen ähm den werden wir halt öfter ansteuern definitiv weil wir werden auch mit den Tieren naja dazu kommen wir auf unserem Hof und deshalb würde ich sagen springen wir vielleicht mal auf den Milchviehbetrieb ähm ansässig ist der Milchviehbetrieb im Übrigen ähm ich warte mal jetzt müsste ich im Escape Menü Hof Wessels ist das für alljenigen die es interessiert Hof Wessels wir haben uns ganz am Anfang haben wir die Karte auf den Server geladen und haben uns mal alle Höfe so ein bisschen angeguckt beziehungsweise dort war es glaube ich so dass Dirk alle mal abgerutscht ist und geguckt hat was für uns passen könnte und was nicht also wir haben festgelegt was wollen wir machen und danach haben wir geguckt was passt für uns ähm als Hof und sind dann letzten Endes hier auf Hof Wessels gelandet Hof Wessels und bevor wir mal einen Rundgang machen auch hier nochmal Adrian der brauchte auch ein bisschen Pflege ähm ja wir haben den uns auch ein bisschen individualisiert ja können ja mal unauffällig folgen ja wir folgen wir folgen wir gehen einfach mal drüber auch hier werde ich irgendwann mal mit der Zeit wenn wir ein paar Geräte drauf bekommen nochmal ein ruhiges Video dazu machen müssen wir das in alle Ruhe mal findet dass wir uns nicht zu sehr irgendwo an Sachen langhangeln aber ihr seht ja hier schon im Augenwinkel schon fast Grunde genommen die erste Änderung oder das erste was uns gestört hätte war die Werkstatt die in dieser Halle war die haben wir halt rausgeschmissen und haben uns nochmal ein neues Gebäude gesetzt inklusive Werkstatt das wir nun in dieser Ecke finden also geht für beide Hallen beide Hallen sind im Prinzip leer und dort können wir dann wir haben auch Rüben haben wir glaube ich auch mit in der Fruchtfolge drin die sind auch mit dabei ich meine ja und solche Sachen vielleicht machen wir auch irgendwann mal noch Kartoffelschlag da brennt der Thomas dann können wir hier ganz viel solche Sachen in diesen Hallen einlagern aber dafür sind die Prädestiniert so ein bisschen ja sorry in der Ecke genau hier haben wir jetzt nochmal eine neue Halle mit unserer Werkstatt kleine Waschplatte hier dass man auch mal die Schlepper sauber machen kann ja also ist nicht ausgestattet ich habe heute mal noch ganz fix hier so ein Regal hingeknallt dass wir ein paar Werkzeuge dort hinstellen können das wird sich dann sicherlich auch in der nächsten Zeit noch ein bisschen fügen wir haben hier gemeinsam wie viel Zeit haben wir gemeinsam auf der Karte verbracht 30 Minuten vielleicht eine Stunde also wir haben wirklich noch nicht viel gemacht und vieles wisst ihr ja vielleicht selber kommt dann im Spielbetrieb genau einfach ja hier hinten wahrscheinlich die größte Änderung ist dann an den Milchvieh an den Kuhstellen neben den ein oder anderen Bugfixes haben wir uns hier für die im Mod Hub befindlichen Winkler Winkler-Silos entschieden genau um Dinge einzulagern die auch auf Mais Plus angepasst sind vielleicht wird das ja der oder die Mutterin auch noch machen in Zukunft genau also die haben wir hingestellt natürlich auch hier wieder Adrian die ganzen Mais Plus Sachen reingebaut die haben wir uns einfach hingestellt um entsprechende Futterzusätze drin zu bunkern weil die Fütterung ist ja jetzt nicht mehr Heu, Silage, Stroh ab geht er sondern die ist wesentlich komplexer geworden richtig und hier werden wir halt das wird auch ach das tut weh das wird auch ein teurer Posten werden aber hier wird sicherlich auch irgendwann mal der Silo LKW kommen und Zeug vorbeibringen also da werden wir auch schon ein bisschen bluten was das angeht weshalb ich ja finanziell wird es spannend in Summe wir haben halt also sorry bevor du weitermachst aber wir sind dann ich glaube was war uns was hat man was hat man gesagt 400 nee 300 300 irgendwas zerquetscht 1000 ja 360 ja ich bin 360 ja 360 genau und müssen im November schon 292.000 Euro drücken also unheimlich kredit im Nacken also das wird glaube ich auch wieder sehr spannend deshalb so dieser Aspekt wird es nicht zu langweilig äh nee ich glaube nicht okay sorry weiter geht's ansonsten ja hier hinten wo einst bloß in der Mauer stand haben wir uns halt jetzt hier noch eine Mistplatte gebaut die gibt so nicht im Mod Hub die ist einfach komplett selber gebaut aber dass die Stelle beziehungsweise wir werden ja mit Stroh einstreuen auch Mist abwerfen genau ne und im Großen und Ganzen war das die Umbaumaßnahme gut wir haben hier und da noch was angepasst was die Kapazitäten an den Stellen betrifft hier zum Beispiel der Bug mit dem ähm Bühne Trigger und sowas das alles ja das sind die Feinheiten ja was äh ich mal unter Bug Bugfixes zähle ja und ansonsten war es das eigentlich grob mit der Anpassung des Hofes genau also ist es nicht so dass wir die Karte hergenommen am Feld auseinandergerissen haben alles was BGA war hat Adrian planiert und hier am Hof die Feinheiten gemacht ein Bugfix Ding ein bisschen ähm ansonsten ist die Karte noch so im Großen und Ganzen wie sie ist weil sie so wie sie ist einfach auch gut ist also da gab es jetzt nicht viel äh Dirk spielt schon ein bisschen mit den Kühen wir haben hier ich könnte da mal drauf reiten oder so na klar wir haben hier im Betrieb ähm jetzt anfänglich 200 Milchviecher auch der unterschiedlichen Altersklassen weil ich wusste jetzt gar nicht mehr hast du die umgeschubst? das ich wusste jetzt gar nicht mehr genau wann geben die Milch und so weiter und so fort wir wollen das halt natürlich relativ schnell ins Fliegen bringen ich erinnere mich zurück an Mais Plus da haben wir glaube ich ein echtes Jahr gebraucht bis irgendwie mal Milch floss das will ich so natürlich oder wollen wir so natürlich nicht mehr haben ähm von daher sind jetzt hier schon ein paar drin und die ja das Ziel ist natürlich die Stelle dann voll zu bekommen naja das ist ganz klar den Umbau wird es nicht zum Download geben das ist ja nicht unsere Karte das ist ja und fern davon ab die ganzen Mods die hier verbaut sind die habe ich auch für uns privat dann angepasst umgebaut das werden so viele Leute die da irgendwo mitspielen die da Freigaben erteilen müssten also die wird so auf keinen Fall zum Download kommen genau ähm ähm Grazing Animals haben wir nicht zum Laufen gebracht äh noch bin ich noch nicht zugekommen noch nicht das ist etwas zeitaufwendiger das hier zum Laufen zu bekommen geht alles aber ähm geht ja ja haben wir jetzt noch nicht geschafft einfach das ist wie ich es schon tausendmal erwähnt habe erwähnt es gern noch ein tausend und erstes Mal ähm wir sind einfach zeitlich nicht so krass aufgestellt dass wir ständig oder viel hintereinander daran machen können ne wir also ich hab dann einfach auch mal gesagt so wie wir alle ähm jetzt wollen wir hier starten wir wollen starten und dann puddeln wir peu a peu nach ne sonst müsst ihr euch noch eine weitere Woche Bausi oder sowas angucken ne das wollt ihr ja sicherlich auch nicht ähm deshalb Kappa ähm zum Thema Zeit damit die Leute vielleicht so ein bisschen den zeitlichen Ablauf haben wir haben Ende August die Feldflächen festgelegt Ende August genau wir haben jetzt was haben wir denn jetzt eigentlich sind wir schon im Oktober so stimmt über vier Wochen äh vor vier Wochen haben wir die Feldflächen erstmal nur festgelegt dann war noch nichts anderes geplant groß ne da war noch nicht was wo wie eingeteilt wird äh welche äh äh was wo wie angesät wird da hab ich einfach nur mal ähm die 200 Hektar beziehungsweise 300 Hektar Feldflächen einfach mal rausgepickt ja ja und dazwischendrin ist ja trotzdem weiter ständig geplant und gemacht und getan worden irgendwo ne äh ja also es ging äh unterschätzen nein das darf man auf keinen Fall unterschätzen wenn man so ein Projekt mit mehreren Leuten angehen will und vielleicht noch das auf sich ein bisschen anpassen will das das kann richtig Zeit kosten je nachdem wie viel Zeit man eben hat ähm ganz kurz noch auf die Frage einzugehen ob wir die Fütterung angepasst haben weil sonst ist das ziemlich kräftig pro Monat oder beziehungsweise ziemlich sportlich nein haben wir nicht angepasst es wird sportlich äh wir sind hier im Juno im Übrigen also ne achso nicht im Spiel wir haben tatsächlich ähm war das jetzt echt Echtzeitangabe wie lange wir hier schon rumplanen ja ja genau also das sind ja die Stelle die standen ja die Silos standen ja eigentlich stand ja sonst bis auf die Halle die wir hinten geändert haben alles so wie es jetzt steht ne ne also ich würde sagen der umfangreichste Umbau war im Grunde genommen das Abreißen der BGA im im das was man mit dem bloßen Auge sieht ja der Rest der ist alles irgendwo in XMLs und I3Ds geschehen furchtbar furchtbar will ich auch gar nicht so was zu tun hat mich auch wirklich also den einen Abend bin ich auch wirklich ins Bett dann einfach gegangen da wollte ich einfach nicht mehr weil das ist auch ach ne ist naja ähm Technik 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 sind wir aufgestellt mit den Schleppern mit den Hauptschleppern her äh lass mich jetzt lügen aber ich glaube 250 bis 350 PS die Klasse richtig oder was hat der Dingste hier also grob ne Max ich glaube so grob ist Max 350 also ich äh hab 936 Vario S4 einer tanzt natürlich oder 66 PS ja gut oder das sehe ich ja jetzt erst entgegen meiner das ist nicht dein Ernst Alter boah geile Beige Fellen ja ooooh natürlich ist das mein Ernst schön mit Beigen Fellen Montana Beige ich werde bekloppt ne und schön dann haben wir den ersten eh klar ey irgendwas macht er doch immer falsch ah ne ne entweder das falte Fabrikat oder die falte Fahne man 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 doch natürlich auf weil ich nicht gedankt hab vielen lieben Dank Jannes zwei Monate falls ich dich vergessen sorry und der Anonymous giftet an Rief ne ne ich bin da ganz zufrieden mit meiner Wahl ja genau also das ist Artyans Kisse gut dann sind es 360 in der zerkloppten PS in der Spitze ähm ich hab ein 6R250 mit dem angepassten ja die die angepasste das angepasste Fahrverhalten das gibt's auch bei den ähm Dudes so auf dem Discord zumindest die XML und ähm das Fahrzeug selber gibt's auch zum Download alles müsst ihr bei den Dudes mal gucken da gibt's den ähm eingebastelt hab ich mir hier noch den Landsound und das war's eigentlich auch schon also der ist auch noch nicht ganz final der federt noch ein Stück weit zu krass ähm und ein stufenlos Getriebe Autopower hab ich mir reingesetzt da war glaube ich standardmäßig was anderes drin ähm ja 250 PS sind's halt auch nominell tatsächlich also nicht in der XML irgendwie 300 sondern wirklich nur 250 ich dächte eigentlich man hätte bis auf 300 boosten können ähm ähm aber ja ist nicht die aktuellste Generation ist ähm die ja vor der jetzigen sag ich mal also die erste die dann schon ähm Command Pro drin hatte damit ist auch ausgeschötert also das Ding ist eigentlich mit allem befüllt abgesehen vom Isaria Sensor was es so gibt schönes Kfz endlich mal wieder zurück zum zum JD lang lang ist her gut hier hier haben wir einen Waltra Dirk ja auch einen Waltra ja 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 was soll ich dazu sagen ist halt ein Waltra also hier ihr fehlt einfach glaube ich letzten Endes nur die rote Nummer ähm das ist ein Leihschlepper es ist hier tatsächlich so dass einige im Zulauf sind es noch nicht rechtzeitig geschafft haben und deshalb fährt der eine oder andere vielleicht hier und da mal ein Leihschlepper genau also das wird nicht Dirks Daily werden sondern ja also jetzt für jetzt ja aber da kommt auch noch was anderes dazu ich weiß nicht ob du dazu jetzt was sagen willst oder später ich glaube ich kriege einen 900er Fendgen 7 auf jeden Fall aber der ist halt im Moment noch nicht lieferbar ja richtig ähm genau das war's eigentlich also so auf dem Betrieb ist hier Adriaan Tobi Dirk und meine Wenigkeit ne das sind die Stammise wobei da fehlt doch auch eine Kiste achso ja stimmt Tobi deine Tobi achso Tobi auch was ganz ausgefallenes da darf er sich bestimmt auch richtig viel anhören weiß ich jetzt schon das war der Plan und deswegen hab ich mir schon mal mein dickes Fell übergezogen über mein eigentliches dickes Fell also ich weiß ja was kommt bevor einer was sagt ich hab vor der achse im abo gleich mit bestellt ja ich fahr deutsch fahr das ist der 882 warrior der hat noch ein kleines ECU Leistungs Upgrade gekriegt auf 333 PS Frontzabwelle ein pipapo Isaria Guidance Reifendruck Regelanlage mit Funktion natürlich und ja schönes Modell von LS MHA Model und gemüsse gehen raus an dieser Stelle ja viele simple IC Trigger Punkte überall verteilt an dem Modell gefällt werden wir auch bestimmt immer mal wieder näher zu sehen bekommen ich werde bestimmt auch mal drauf sitzen aber ich finde es schon geil muss ich ganz ehrlich sagen es ist echt ein schönes Modell ich dachte hast du Moonwalk gemacht den kleinen Moonwalk hier hingelegt ich habe jetzt auf die Beton gelegt ich kann jetzt auch mal langsam laufen nein kein kein Bootkick für Tobi alles alles gut ich finde es mal ganz chillt mal Leute erste Tour in der Sportpresse also ich finde das Ding ganz cool weil man sieht es selten und das ist tatsächlich ich saß ja auch schon drauf schon echt interessanter Schlepper mit ganz geiler Ausstattung muss man schon sagen vom Design her gefällt mir gefällt mir Deutsch eigentlich mit am besten muss ich sagen vom Design her ansonsten kann ich nicht wieder zu sorgen ich finde ich also ich habe die auch im 17er schon gehabt ich finde die optisch auch nicht schlecht muss ich ganz ehrlich sagen ja Dirk ist gut aber ich habe nichts gesagt ich weiß gar nicht was es ist ich habe nichts gesagt kein Ton auch ausgestattet mit einem du hast sogar Isaria drauf ein typischer Pflegeschlepper typisch typisch Pflege dezente Bereifung aber eine geile Kiste ich finde es also es ist doch ziemlich gut ich bin glaube ich mit meinen 250 PS der geringste ich weiß nicht ob wir da vielleicht mal noch die 300 im Boost über die Zeit rein zaubern oder rein programmieren können weil es wird definitiv Dinge geben die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ziehen kann deshalb ist es schön dass wir eine Spreizung bis 360 PS und zur Quetsch da haben und für die ganz dicken Dinger kommt dann halt das LU ich denke Dirk hat ja dann den größten Motor bestellt na gut Dirk hat ja dann ja stimmt Dirk hat ja dann auch was hast du was hast du für einen äh jetzt 305 ne nee nee bestellt Fendt achso der Fendt ähm was war das ich glaube das war 936 ach auch ok naja so genau wir haben natürlich noch Pflegeschlepper Pflegeschlepper und alte Lieblinge sag ich es mal so ähm wir haben natürlich auch wieder Adrians ähm Stückchen hier mit dabei was hast du ich kann es nicht lesen was ist hier von einer konfiguriert 7530 7530 und Schalter natürlich Schalter ne das ist ja ihr wisst ja Adrians Teil den er gebastelt hat und ja den will man auch wieder mit drauf sehen mit fahren sehen ähm das ist so wie er vielleicht jetzt hier sogar schon steht im übrigen nice Konfiguration von den Anhängern muss ich ganz ehrlich sagen ähm den wird man öfter mal sicherlich auch mitunter in der Pflege sehen Frontlader arbeiten Frontlader arbeiten also Ballenbergen überwiegend dann das wird dann viele Ballen werden ähm ja den werden wir sehen dann haben wir wenn wir hier ein Stück weiter hinter rennen sag ich mal äh den Fachbegriff dieses ähm Favoriten kann ich jetzt hier nicht nennen den internen Fachbegriff das ähm würde gegen gegen die Regenien von Twitch verstoßen aber das ist unser Hofschlepper ähm den wir auch mal vor einen Futtermixer hängen oder mit dem auch mal zettern oder schwenden gehen äh schwenden gehen ähm der wird da öfter mal mit im Einsatz sein so ein altes Ding brauchst du hier einfach das gehört hier irgendwie der fügt sich auch so schön hier schon farblich so ein Ding brauchst du hier einfach CCM-Mühle vielleicht noch genau ist ein 612er LSA ähm ja der wird glaube ich ganz ganz witzig werden ist auf jeden Fall das richtige Grün mit der richtigen Felgenfarbe Follobot weiß ich nicht ich kann es zur Not ausmachen aber ähm ganz kurz noch weil Sekunde bitte äh Follobot schadet mir nicht von daher ist es mir relativ Latte ja ähm ich kann dann eben mal oder ähm Repi kannst du ähm einen haben wir vergessen sehe ich gerade ja einen einen haben wir vergessen ich komme dazu ich muss mal ganz kurz ähm intervenieren Sekunde 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 zwei haben wir sogar vergessen zwei ähm 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 Moment ich habe es gleich so jetzt habe ich es ähm Wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Schlepper. Ja, zwei haben wir noch. Bei den Lütten, 6M haben wir noch den stehen. Genau, wo habe ich den denn hingestellt? Äh, hinten am Kuhstall steht der. Genau, also ich habe mir noch gewünscht in der Pflege ein 6M. Das ist auch ein ziemlich geiles Modell. Muss man sagen, das ist ein 645, das ist ein Vierzylinder. Auch mit Isaria, Arbeitsbeleuchtung, volle Lotte, Frontlader. Also den werden wir auch definitiv, ja, dankeschön. Den werden wir auch mal vom Futtermischer sehen, aber eben auch in der Ballenbergung, Pflege, alles mögliche. Müssen wir mal gucken. Den fand ich noch ganz geil. Ich bin sehr JD-lastig dieses Mal. Nachdem ich aber auch sehr Fan-lastig vorher war. Von daher ist das, glaube ich, mal ein ganz geiles Futtermixer. Ja, kommen wir auch gleich noch zu. Was haben wir noch vergessen? Irgendwo haben wir noch einen Tele-Lader stehen. Achso, stimmt. Den habe ich da hinten hingestellt. Ich wusste jetzt noch nicht, ob das Ding final ist, weil wir uns da jetzt mit den Kollegen noch nicht weiter abgesprochen haben. Oder ich mich noch nicht weiter abgesprochen habe. Aber ich hätte mal Bock auf ein New Holland gehabt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist Vanilla. Vielleicht findet man auch was anderes. Ich weiß es nicht, aber ein Tele-Lader ist hier auf dem Betrieb, glaube ich, schon wirklich notwendig für Ballenstapeln, für Schaufel, auf dem Futtermixer, für Paletten abladen, weil wir auch Palettenware mal geliefert bekommen werden und 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 und. Boah, das ist schon eine gute Frage. Keine Ahnung, haben wir nie mitgearbeitet, aber eben deshalb ist das vielleicht mal eine gute Abwechslung. Ja, Anhänger-Konfigurationen. Wir haben, wie ich gerade gesehen habe, HW80 am Start. Alt, Holzaufbau, MR. Ja, die habe ich mir ein bisschen gewünscht, mal noch so einen alten Zug dabei zu haben. Ja, finde ich persönlich auch geil. Und er wird auch schön rumwackeln. Ansonsten haben wir Lommas, die auch schon die Variante haben mit Kennzeichen und mit MR-Anpassung. Auch bei den Dudes zu finden. Und ich glaube, so einen Zug kann man nochmal irgendwo rumstehen, ne? Ja, ja. Also wir haben relativ viele Züge, werden es aber, denke ich mal, auch ganz gut gebrauchen können, wenn sie immer schauen. Also daran mangelt es definitiv nicht. Wir haben auch noch einen anderen dicken Futter-Mixer rumstehen. Der ist relativ neu, der ist relativ massiv. Ich fand den eigentlich ganz geil. Ob man einen behalten will oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber den gibt es auf dem ModHub so einen Silo-Farmer hier, so einen Tambora. Kein Plan. Ich finde das Modell ziemlich schick, muss ich sagen. Die Funktionsweise ziemlich schick, auch mit Display und allem Kram. Nur braucht er halt richtig viel Last an der Zapfe. Das ist schon krass. Ja, ansonsten... Den werden wir uns mal genau angucken. Ja, genau, den werden wir uns mal genau angucken. Wir haben... Achso, hier haben wir noch Kämpfanhänger. Zwei Stück. Für die Ballen. Wir werden, so ist der ursprüngliche Plan zumindest, keine Autostacker oder sowas nehmen. Also keine, ähm... Ja, ihr wisst schon, die Ballenberge-Anhänger. Sondern wirklich mit Frontlader. Wie lange wir das schaffen durchzuhalten, weiß ich noch nicht. Aber auf die Dinger passt auch ein bisschen was drauf. Und die haben auch eine MR-Anpassung mit. Ich glaube, das ist ganz geil. Und es hat eine schöne Konfiguration. Ich finde das richtig gut. Und hier haben wir noch was Neues. Das kann vielleicht Adrien mal noch. Ja, die... Ich weiß gar nicht den Fachbegriff. Container. Hakenlift. Hakenlift. Die kamen jetzt im Mod-Hub. Kleiner Test. Ob die gut funktionieren unter Reha oder ob die wandern, hatten wir schon gemacht. Einfach als gewisses Lagersystem. Wenn man ein loses Schüttgut hat. Wenn man vielleicht Kalb übrig hat. Und so, dass man das vielleicht in Containern dann mal wegschaffen kann. Ist, glaube ich, bei der Größe des Betriebes mittlerweile eine ganz gute Alternative, dass man nicht alles immer lose irgendwo in der Ecke schütten muss. Ja. Auch mal Mist rüberfahren, ne? Sagen wir mal beispielsweise, die Mistplatte ist stark gefüllt. Unsere Drehschäme sind irgendwo im Einsatz. Auch dann kann man das natürlich noch mal mit nutzen. Wir werden viel hin- und herfahren müssen. Wir werden viel Material bewegen vor allem. Auch die Strecke halt von der 16 bis hinter zum BGA-Betrieb, das zieht sich dann auch eine Weile. Die werden wir auch öfter fahren. Also, es wird auch sehr viel Wegfläche dabei sein. Das ist das, was wir auf jeden Fall wollten. Und ja, ich bin mal gespannt. Also im 19er war das Zeug nur durch die Gegend. Da bin ich jetzt ja gespannt, wenn du sagst, dass es funktioniert und freut mich das auf jeden Fall. Wenn es am Ende nicht funktioniert, dann fliegt es wieder weg. Um das nochmal ganz schnitzel zu erklären, weil die Frage vom Eraser kam, MR, Moralism oder was genau ist MR? Realistische Anpassung. Das heißt, realistischeres Federverhalten, realistische Wandbewegungen. Das macht alles bei den Farming-Dudes drüben. Kramer. Der Kramer, sorry. Und da kommt immer mehr. Immer mehr und immer mehr. Kramer ist gut motiviert. Und gerade bei den Drehschämen, wer es noch nicht kennt, zieht die euch mal runter. Bau die XML da mal rein. Das ist schon ziemlich geil. Ach genau, und die Camp gibt es auf der Frischer Garage. Aber auch die gibt es mit einer Anpassung von den Farming-Dudes. Und die haben dann auch alles weitere verlinkt. Also bei den Dudes könnt ihr auf jeden Fall mal auf den Discord, weil da schon immer mehr Zeug von denen auch hier rumliegt. Und das einfache ist, als alles immer zu verlinken, kann man einfach sagen, geht dorthin. Sehr, sehr viel. Ja, kann man nicht einfach sagen. Richtig. Hofwessels sind wir, im Übrigen. Ja, hier die hauseigene Spritzer. Volle Ausstattung. Auch mit den, wie hieß es, Thomas? Spot-Spraying. Genau, mit Spot-Spraying und allem Pipapo. So, hier das Problem einfach. Wir standen vor der Entscheidung. Am liebsten hätten einige Leute 30 Meter gehabt. Die konnte aber nur 28 Meter. 28 Meter wiederum bedeutet in der Saat drei oder vier Meter. Drei oder vier Meter habe ich wiederum gesagt, oh ne, das ist mir doch ein bisschen zu krass, wobei ich vier Meter noch mitgegangen wäre. Vier Meter kannst du aber wieder nicht auf der Straße bewegen. Und so sind wir dann letzten Endes auf sechs Meter in der Saat und 24 Meter in der Pflege gelandet, wobei ich denke, dass gerade im Spray 24 Meter, damit lässt es auch relativ flott arbeiten. Wir haben ja mehrere Spritzen. Das LU hat ja auch eine. Ich denke, das passt schon. Drille haben wir jetzt hier erstmal eine stehen. Ich weiß nicht, ob noch eine zweite dazukommt. Denk mal, könnte durchaus der Fall sein. Wir hatten ja, glaube ich, auf der Rade auch zwei, oder? Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Ja, auf der Rade waren es auch zwei gewesen. Aber wie gesagt, das LU holt sich ja auch noch eine sechs Meter dazu, für auszuhelfen. Oder halt, wenn die große Fläche erledigt ist, oder die zwei großen Flächen, muss man ja sagen, die BGA hat ja nur vier Felder. Und dann ist die acht Meter Drille ja auch frei für größere Flächen bei euch dann noch mit anzudrillen. Naja. Also hier haben wir die Lebenkendetee genommen. Ich persönlich feiere das Ding richtig. So ein übelst schönes Modell. Wenn ihr sie nicht genommen hättet, hätte ich sie jetzt für das LU auf jeden Fall genommen. Ja, kannst du ja auch noch dazu nehmen. Die hat halt Isobus mit dazu. Ich finde sie schön. Die hat auch die Möglichkeit der Unterfußdüngung. Dazu werden wir später natürlich auch noch kommen, wenn es soweit ist. Unterfuß haben wir, glaube ich, erst mal prinzipiell gar nicht geplant. Aktuell zumindest nicht. Die hatten wir ja mal gesagt, wollen wir weglassen, damit wir wenn es was Arbeit haben. Genau. Das kann sich aber, also ich will nicht ausschließen, dass man irgendwann ab einem gewissen Punkt sagt, boah, jetzt nehmen wir Unterfuß einfach mal wieder mit rein. Ja, wobei du darfst das eigentlich auch nicht mehr. Wenn du den Realismusfaktor nimmst, Getreide darfst du im Herbst, außer du hast entsprechende Bodenproben und, 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 darfst du Getreide eigentlich im Herbst nicht mehr andümmen. Wegen der Stickstoffausfaktor über den Winter darfst du eigentlich erst im Frühjahr damit beginnen. So, da seht ihr nämlich, Chat, der Thomas, das ist hier der Aufpasser, sag ich mal, der uns dann auf die Finger haut und sagt, nee, Freunde, so geht's nicht, wenn wir realistisch spielen wollen, müssen wir uns da auch ein bisschen anpassen. Da bin ich sehr froh drüber, weil ich hab diesen Wissensstand einfach nicht. Und, und Thomas kennt sich. Hab aber auch schon immer gesagt. Dass er es nicht versteht, warum man düngt beim Sehen. Ja, ja, okay, gut. Zwei Leute haben es immer gesagt. Thomas mit dem entscheidenden Nachdruck. Im Mais macht es aber Sinn. Im Mais fahren wir auch sehr viel mit Unterfußdüngung. Im Ertrag nachher macht es keinen Sinn. Die Landersum liegt in dem Gebiet, deshalb haben wir die Kennzeichen. Der Mais im Frühjahr, dass der halt einen vernünftigen Start hinlegt. Da bin ich auch voll mit im Mais, den Unterfußdünger zu legen. Aber bei Getreide sehe ich persönlich so den Sinn nicht. Vor allen Dingen, der heutzutage eh immer mehr versucht werden soll, Stickstoffdünger, die ja auch schwer zu beschaffen sind, zu reduzieren irgendwo. Ja. Und andere Füchte, wo es Sinn macht bei dieser Sämaschine? Hm? Die macht doch immer noch andere Sachen, diese Sämaschine. Gibt es da irgendwas, wo es Sinn macht? Beim Raps ja auch weniger. Was du machen darfst, du darfst Raps. Raps, den darfst du andüngen, wenn du dementsprechend die Bodenproben vorweist. Und da könnte es auch Sinn machen, dass der Raps auch einen vernünftigen Start in den Winter hinlegt, um nicht halt im Winter, weil er doch anfällig ist gegen Frost, nicht kaputt gehen würde. Okay, bevor ihr beiden Nasen euch wieder völlig verliert. Also im Raps würde ich es dann tatsächlich auch so simulieren, weil dann könnte man ja sagen, hier können wir entsprechende Proben vorlegen. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, Thomas, mach wie du... Das geht das so. Ja, Thomas, mach wie du das für richtig hältst, haben wir gesagt. Also hat Thomas die ganze Ackerschlag-Kartei-Planung, Fruchtplanung, das macht alles Thomas. Und Thomas sagt uns dann, das macht ihr jetzt da und dann und dann machen wir das. Und genau so ist das jetzt, ja. Eigentlich sind wir nur noch die ausführenden Lemminge und Thomas ist der Organisator. Ja, und Uwe hat die Fellflächen mitgebracht. Ja, ja. Überwiegender Teil. Also, was wir jetzt noch nicht haben, ist Einzelkorn. Wir haben, ich glaube, irgendwo stand noch eine Scheibe rum oder sie ist wieder weg. Ja, die hintere Halle ist voll mit Anbaugeräten, habe ich eben gesehen. Können wir nochmal hinflitzen. Ja, ich habe selber nämlich überhaupt keinen... Ja, die musst du ja da geparkt haben. Ah! Okay, ich wusste gar nicht, keine Ahnung. Also auch Mähwerke weiß ich noch nicht, ob wir eins fahren oder zwei. Dort hinten steht das Glasmähwerk. Ihr kennt das ja alle aus dem neuen... Ach, Mensch, der Zoom hier schon wieder. Ihr kennt das ja alle aus dem neuen Center noch. Ich weiß nicht, ob wir da noch was anderes holen. Ich glaube, bei unserer Fläche brauchen wir schon zwei Sets. Das habe ich hier nicht eingeparkt, das war jemand anders. Ja, das war ich. Ah, danke. Oh! Also hier haben wir schon mal eine gewisse Auswahl. Als Scheibe haben wir aktuell die Knoche hier, die Crossmax. Die ist auch übelst schwer. Also meiner geht da schon, da geht schon guter Arsch runter. Aber ich glaube, die ist ganz cool. Die hat sechs Meter, ist angehangen und da ist wie Dirk und Adrian und Tobi das immer so gern sagen, da ist auch mal schön Bewegung im Schlepper drin. Wir haben für die tiefere Bearbeitung zum einen auch wieder Meiersauzahn am Start, der ja sowohl als auch kann. Hier ist er jetzt relativ, ja hier ist er jetzt gerade tief konfiguriert. Wir haben relativ neu den Rappensturmvogel für die Saatbettbereitung mit draufgenommen. Also wir sind hier überall im sechs Meter Bereich, mal abgesehen, Meiersauzahn ist im fünf Meter Bereich angesiedelt. Wir haben, das habe ich geholt, ohne Absprache, das weiß ich nicht, ob es bleiben darf, einen Kerner Corona 500er geholt, inklusive mit einem X-Cut. Wie war das? Ich glaube, der hieß ja X-Cut Solo, wo du natürlich schön nach Mais langballern kannst, beispielsweise. Eigentlich überall, ne? Ist mal eine geile Kombination, die richtig gut schieben kann. Mal gucken, wie sie es macht. Und natürlich, komplett fluglos bleiben wir nicht. Dirk hat hier noch zwei Flüge rangekarrt. Sind die final? Äh, nee, nee, nee. Das sind erstmal sozusagen Leigeräte, ne? Also auch da seht ihr schon, wir haben wieder die unterschiedlichsten Bodenbearbeitungen. Wir sind nicht komplett fluglos. Das sind wir nicht, das werden wir nie sein, weil flügen sollen wir schön mal ein bisschen. Aber ja, einmal das komplette Vertex-Sortiment. Was willst du machen? Die haben halt gute Sachen, also, ja. Wollen wir nichts sagen, ne? Da kommst du nicht dran vorbei. Da kommst du nicht dran vorbei. Ja. Und ich glaube, mehr an Gerätschaften haben wir aktuell noch gar nicht groß. Also hier ist viel bestellt. Wir wissen viel, nur haben wir noch nicht geschafft, das irgendwie alles ranzuholen und einzurichten. Der Sauzahn ist ein Tiefenlockerer, kann aber auch mit einer Steinsicherung in eine flache Gruppebearbeitung gehen, sag ich mal. Also nicht in die Tiefe, sondern in die Standard-Gruppebearbeitung. Also der Sauzahn sowohl als auch. Die Steinsicherung ist hier nur dran, dass die an den Scharen Federn hat, ne? Dass sie hinten rausdrücken. Genau. Und damit... Ich wollte gerade sagen, der hat einmal das Standard-Schar mit mechanischer Steinsicherung, sprich Scherschraube. Dann gibt's die Steinsicherung, dann hast du die Feder dran, dann scheren die automatisch aus und halt die Tiefenweise. Genau, und so ist das hier, mehr oder minder. Auch das Gleiche gilt im Übrigen auch für den Kerner Corona, der per Maussteuerung verstellt werden kann. Das ist noch so wie im 19er. Also auch der könnte richtig tief gehen. Das ist halt dann mit einer Kombination mit dem X-Cut vorne dran, der den Stoppelsturz macht. Dann natürlich eine relativ interessante Geschichte. Glaube ich aber auch, dass da mein 250er explodieren würde. Das ist dann schon relativ heftig. Aber mal schauen. Mal sehen, wie er sich schlägt. Mal sehen, wie er sich schlägt, genau. Also, ich hab da auch Story durch. Ich hab drei verschiedene Getriebe probiert. Und im LS ist es übelst schwer. Lastschaltgetriebe. Manchmal... Also, original war drin sowas wie ein Vario, wie ein stufenloses, aber mit verschiedenen Abstufungen. Ich glaub F1 bis F4 oder irgend sowas war das. Das lief aber gar nicht so geil. Da hat's den völlig gepuste genommen. Dann hatte ich eins drin, das war bei Vertex im Discord, im Computer. Community-Bereich. Das ist auch ziemlich geil. Ich muss ich mal eben schnell gucken. Das wollte ich mal noch schnell erwähnt haben. Das war... Ähm... Ach ja. Hab ich gesehen. Wo war denn das? Ja, genau. Und Lastschaltstufe automatisch. Direct Drive. John Deere Direct Drive Getriebe. Ziemlich geil. Ziemlich geile Nummer. Fehlt mir aber die Schaltkulisse dazu im John Deere. Da bin ich ein bisschen eigen. Das funktionierte ziemlich gut. Und jetzt hab ich halt ein Auto-Power drin. Das passiert natürlich mit der Beste. Und damit performt er auch ganz gut. Nur ist er halt noch ein bisschen weich, sag ich mal. Ja, gut. Ich sag mal, hier sind wir dann an der Stelle auch durch. Ähm... Die Zeit ist jetzt gestoppt. Ich würde sie sachte beschleunigen auf 1. Haben wir irgendwas vergessen? Also mit Sicherheit. Aber irgendwas Elementares eigentlich nicht, oder? Nö. Nö. Also, wir müssen dann noch... Also, ich werde in der nächsten Zeit einiges an Videos machen, um das Ganze mal auch für die Nachwelt, unabhängig von einem Uncut, irgendwo in einzelne Parts zu machen. Sei es jetzt das Thema Tierfütterung oder das Thema BGA oder was auch immer, damit man sich das mal in Ruhe anschauen kann, weil es sonst einfach doch vielleicht ein bisschen zu viel wird. Und da kümmern wir uns dann auch um die weiteren Sachen. Wir starten auf jeden Fall in der Gerstenernte. Die Flächen sind schon eingeblendet im Prinzip, um die es geht. Die Drescher stellt das LU. Bei uns ist noch der offene Punkt, passt es, wenn wir als Betrieb mal so einen alten Schlepper am Start haben? Das ist noch so ein offenes Fragezeichen. Das weiß ich noch nicht ganz, ob das kommt oder nicht. Aber so haben wir vom Stand. Ist jetzt keine eigene Mähdrescher. So, wir sind aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zähle ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach so, doch, wir haben da natürlich noch was vergessen. Ich würde mich jetzt hier auch mal beamen, eben schnell zum... Können wir hier hinspringen? Nee, aber wir haben hier direkt am Hof was dran. Die 185 zum Beispiel. Weil, da geht auch noch ein dickes Dankeschön raus, was wir hier natürlich haben. Sind Texturen von Bumsnudel. Bumsnudel, ihr kennt ihn vielleicht. Hier sind wir zum Beispiel mitten in der Gerste. Ähm, der hat uns schon mal vorab Texturen gegeben für Raps, Weizen, Gerste. War es noch was? Hm, irgendwas war es noch, ja. Hafer, glaube ich noch. Hafer, glaube ich noch. Ähm, das ist stark von der Höhe. Also, wir sind hier in einem Erntereif-Status oder Zustand. Ihr seht schon, das ist schon von der Höhe stark was anderes. Das ist von der Textur was anderes. Das ist von der Dichte was anderes. Das sieht dann auch beispielsweise im Weizen extrem geil aus. Mais kommt noch. Mais haben wir noch nicht, die Textur. Aber das ist schon hart. Und wenn wir so über die Karte fahren, wir werden ja gleich eine Runde fahren. Ähm. Ihr seht ja auch noch viel Grün. Also, diese ganzen Vorreif-Stativ von den Getreiden sind auch alle grün. Sodass man halt perfekt GPS machen kann. Das sieht aus wie Weizen. Was sieht denn bei dir? Der Weizen aus, Tim. Ne, ne. Schöne Grüße vom Impala, Michi, an das ganze Team. Jo, zurück, Michi. Ja, Grüße. Danke. Grüße. Das bedeutet, wir gehen mit zwei Dreschern rein. Die BGA hat ja auch Fläche zu machen. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das aufteilen wollen. Wir haben die größte Fläche, die wir jetzt haben im Dresch hat 16,95 Hektar. Ähm. Wollen wir das aufteilen? Wie wollen wir es machen? Weil das, die Planung, da muss ich offen und ehrlich sein. Für heute, abgesehen von der kurzen, in Anführungszeichen, Erläuterung habe ich nicht geschafft. Also das L.U. hat die Schlepper, ne? Äh, die Drescher. Ja, ja, die stehen da. Ja, die Drescher können anrücken. So ist das nicht. Okay, dann fahren wir die auf unseren Flächen. Hier sind, die Herrchen sind doch da von der Gerste. Das ist hier. Vielleicht sind es ein bisschen schlecht. Ähm, ich würde anrücken, zur Zweit werdet ihr sicherlich auf einer Fläche nicht unbedingt fahren, ne? Auf 16 Hektar. Oder wollt ihr die zusammen machen? Welche? Wo wollt ihr denn jetzt anfangen? Die 133 oder was? Die, die 133, genau. Wobei, ne, lasst es mal auftrennen. Und. Was will ich jetzt hier um den Hof sehen? Ja, 133. Oder wir fangen einer 9 und einer 84 an. Ich wollte es gerade sagen, die 9 haben wir natürlich auch noch und die 84 haben wir auch. Das können wir auch machen. Da haben wir natürlich extreme Wege. Aber so ist es auf der Karte. Das ist nämlich jetzt auch der Punkt, ähm, wo wir sagen, wir sind jetzt sieben Mann. Theoretisch würde man jetzt rechnen. Zwei Mähdrescher, zwei Tangen ab vier Mann, fertig, aus, Ende. Ich vermute aber mal stark, das würde dann gar nicht reichen. Nö. Bei diesen Distanzen hier. Ähm, so dass man doch, was würdet ihr schätzen? Ähm, zwei pro Mähdrescher? Liegt bei 11.000, ne? 11.000? Ja, das sind 7.700 Alexia. Gut, was ich dazu noch sagen muss, ähm, man sieht ja auch nochmal die Bodenkarte im Precision Farming, was man natürlich dabei haben. Das ist bestens, ähm, versorgt. Teilweise überdüngend wahrscheinlich. Aber hier kommt dann auch sicher was runter, was auch spannend wird, weil wir Combined Experience drauf haben. So hieß es, ne? Combined Experience. Sorry, ich korrigiere. Äh, 13.500 Korntankvolumen. 13.500. Dann müssen wir mal gucken, wie schnell die vollgehen. Weil, ich glaube, das wird ganz schön drücken. Und ich bin... Ich würde einfach sagen, pro Träscher mal ein, Abfahrgespann zum Feld, Träscher raus und dann sieht man ja, wie es ist und dann muss man sonst umplanen. Weil... Wir haben ja noch ein paar, wir haben ja noch ein paar, äh, Züge hier stehen, dann stellen wir halt zum überbrückenden Anhänger noch mit ans Feld. Genau, ihr habt die Züge da stehen zur Not, wenn's noch eng wird, dann kann vom LU noch ein LKW mit ausrücken oder so. Die sind ja auch dementsprechend mit Mulde da. Ja. Wir haben aber genug hier. Genau, ihr habt ja sechs, ihr habt ja sechs Fahrzeuge. Alles gut. Ja, ich denke mal, die LKWs und Mulden, die werden 100 pro, also spätestens werden wir die beim Abverkauf buchen. Das ist, glaube ich, schon mal ziemlich safe. Ganz, 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 ganz doll wichtig für alle, die heute abfahren, unbedingt aufschreiben, was ihr in den Anhängern habt, wenn ihr das wegbringt. Hat ja den einfachen Grund, wir können ja auch überfüllen. Ich glaube, das hatte ich wieder mit reingenommen, das Skript, ne? Ich hoffe, ich hab's nicht vergessen. Das heißt, zwei volle Hänger bedeutet nicht immer die gleiche Zahl. Und es ist eklatant wichtig, dass wir aufschreiben, was wir von den Feldern runterholen. Ne? Am besten einen Zettelblock oder irgendwie einen Editor nebenher und aufschreiben. Ganz wichtig. Ganz dumme Frage. Ja, bitte. Macht das nicht Precision Farming selber? Nein. Ja. Ja. Das macht Precision Farming. Ich will dem Praten aber noch nicht ganz trauen. Okay. Gut. Ne? Lass es uns mitschreiben, wenn wir dann feststellen, dass das passt 1 zu 1, dann können wir es uns für die Zukunft sparen. Oder für das nächste Feld. Oder für die nächsten Feld. Ja. Denn was dann danach kommt, also wenn die Gerste runter ist, jetzt noch mal schnell zum weiteren Ablauf. Haben wir, was war dann das nächste? GPS? Genau, als nächstes. Ja gut, Gerste ist natürlich noch einiges. Da ist ja die Fläche vom Milchviehbetrieb, dann ist die Fläche 1 von der BGA. Genau, die hat ja auch mal saftige 36 Hektar. So, und als nächstes würde dann anstehen, die Fläche 233 und 212 Weizen zu häckseln als Ganzpflanzensilage für die GPS. Ah, dort oben, ja. Mein Plan war ja eigentlich die Gerste zu häckseln, aber das hat halt hier von der Anseherei nicht gepasst. Dann hätten wir nur noch früher starten müssen. Genau. Bisschen wir mal gesagt, dieses Jahr häckseln wir den Weizen. So, da ist ja auch einiges an Fahrwege. Genau. Ja, und dann geht es bei euch schon mit dem Einfeld Raps ist ja nur dieses Jahr. Ja. Und dann der Weizen. Dreschen. Genau, ich bin mal ganz schnell zur Werkstatt gesprungen, da kann man das nämlich mal sehr schön. Die Weizen, da kann man mal sehr schön die Weizentextur im Vorreifestadium sehen, dass das noch einen schönen Grünanteil hat. Naja, also fürs GPS-Häckseln. Ich meine, klar, wir haben es ja uns auch angeguckt, du kannst auch GPS-Häckseln, wenn der Kram schon einen guten Gelbstich hat. Aber so fetzt das, glaube ich, ganz gut. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird auch. Ähm. Wenn das runter ist. Ja. Ähm, der Joshua schreibt, von den Zahlen PF und seinen Notizen an Erträgen plus minus ein Liter. Das wäre natürlich top. Wenn das sich so bewahrheitet, weil dann können wir uns das aufschreiben. Ähm, dann natürlich sparen. Aber jetzt machen wir es erstmal. Okay, also das heißt, dann kommt der Weizen, ähm, GPS und von der BGA-Fläche GPS und bei uns werden wir dann dreschen natürlich. Genau. Und vorher wird der Raps aber getroschen. Raps haben wir aktuell gar nicht. Habe ich den komplett rausgenommen? Ja. Hm, glaube auch. Stimmt. Raps haben wir in der Folge jetzt gerade nicht drin. Kommt in der nächsten, glaube ich. Stimmt, haben wir komplett rausgenommen, weil wir mit Mais nicht ganz sicher waren und haben gesagt, wir machen mal sicherheitshalber Mais und der überschüssige Mais wird dann an die BGA abgetreten. Weil halt auch Rapsflächen ausgewintert waren. Ja. Mussten wir die neu ansälen mit Mais. Das war ja so der Story gewesen. Die Maisflächen blende ich hier mal ein. Da wisst ihr ja schon, was dann bei der nächsten Hackerrunde auf uns zukommt. Auf der Rate haben wir in Summe, glaube ich, 40 bis 50 Hektar gehäckselt, ne? In drei Tagen waren es oder waren es zwei Tage? Ne, drei waren es in Summe. Also, ähm, neun Stunden. Ja. Das waren 40 bis 50 Hektar, das wäre nur dieses eine Feld hier oben. Also, das wird lustig, sportlich und da wird man auch immer mal wieder ein anderes Gesicht hier sicherlich sehen. Gleiches gilt natürlich fürs Gülle-Knallen. Das wird extrem. Ähm, ähm, ja, was haben wir hier? Kartoffeln haben wir, wir haben Kartoffeln, aber nicht in unserem Bestand. Wir haben Rüben. Ein Feldrüben haben wir geplant. Ein Feldrüben haben wir geplant. Geplant, ist aber jetzt aktuell nicht drin. Doch. Ja. Oder? Ne. Doch, die 71 hat Rüben tatsächlich. Ich kann sagen, die ist ja ein Feldrüben, also wir bleiben nur so bei einem Feldrüben irgendwo. Jetzt auch mit Mais Plus passt ja zu der Fütterung. Richtig, richtig. Dann kann man es auch mit Futter dabei schmeißen. Ohne Mais Plus, sind wir ehrlich, hätte man es, glaube ich, gar nicht mit reingegebenommen. Nicht unbedingt, nein. Nicht unbedingt. Aber so passt. Von der Fruchtfolge her an, dass es ja auch gepasst hat. Überschuss können wir natürlich auch, steht schon bei der BGA in, ähm, ähm, Schnitzeln und rein da. Genau. Genau. Und wir haben natürlich viel Grasfläche, wo wir noch zum zweiten Part kommen, den wir heute wahrscheinlich parallel, ich weiß nicht, wie wir es machen wollen, aber wir sind jetzt im Juni, also im Juni und wir brauchen Grassilage, so wie Heu. Das habe ich jetzt gedanklich. Grassilage kennst du ja mit aus. Grassilage kenne ich, ja. Oder, oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist ein Wunderpunkt. Ist ein Wunderpunkt. Ähm. Oh, so wund? Eieieiei. Nee, nee, so wund nicht. Also wir, ich will ja jetzt keiner genau aussprechen, dass er den letzten Platz gemacht hat, aber es war schon hart, hart dran. Ja, ja, ist immer ehrlich, niemand aus dieser Runde, auch hier im Chat hat dran geglaubt, dass ich irgendeine andere Chance hätte. Richtig. Und von daher gehe ich da völlig d'accord mit, das ist alles in Ordnung. Ähm, ja, Hälfte, ich habe mir gedacht bei den Grasflächen, Hälfte Heu, Hälfte Grassilage. Ich weiß einfach noch nicht. Wo du mir die Leiter abfährst, Tino. Hm, ich weiß nicht. Du wolltest nicht eingestehen. Und hat die nicht in Tino mit einem Drescher oder hat die jemand lieber als ich? Also ich bin noch circa, ja, eine halbe Stunde maximal da. Ich, ich, ich kann mich gerne auf den Drescher erstmal raufsetzen. Ähm. Ich hab, ich würd, ja. Lass das auf die Lohner. Oder ich feits eine halbe Stunde Drescher und dann wächst er. Es können auch die Lohner machen und wir donnern hier mit unserer Kiste rum. Ich glaube, auch mal auf dem Freitag oder mal im Off wird man mich bestimmt häufiger mal, also im Off wird man mich nicht sehen, aber vielleicht auf dem Freitag auch mal im Drescher sehen. Dann lass, mach die Lohner und dann gucken wir erstmal. Bei der Grasfläche, jetzt, da war ich stehen geblieben. Ja. Da weiß ich jetzt bei den 138 Hektar noch nicht, welche Flächen mir jetzt Heu machen und welche Grasillage. Ich, ich wär vielleicht dafür die größeren Flächen. Thomas, wer zieht sich doch zu Hölzchen? Wie bitte? Nee, sag du erst, Thomas. Du bist nur eine halbe Stunde da. Ich kann ja nachgegeben, falls übernehmen. Okay. Also die, ähm, hofnahen Flächen würde ich dann doch ganz gerne Heu machen, wegen der Ballen. Und die, die etwas weiter weg sind, die wir mit dem Ladewagen einfahren zum Beispiel oder häxeln oder was auch immer. Die können von mir aus weiter weg sein, aber das, was Heu sein soll, würde ich schon hofnah ausrechnen. Mach den, klappst du bei mir mal die Leiter ein? Der macht das irgendwie nicht. Geh ich da kurz, also 158, 157, 182 am Betrieb. Aber das geht von innen. Ja? Nennen wir, das geht von innen, ja? Ja, ja, das ist da, wo dieser kleine Sitz, nehmt ja, ist da, wo man sich anschneidet, so ein kleines Kreuzchen. Jet, ihr müsst entschuldigen, die Geräte sind alle neu, da Lohna muss ich da erstmal drauf einarbeiten. Genau. Also, kurioserweise habe ich in der Kabine keinen Simple IC. Nee? Das kann nicht sein. Das muss aktivieren. Das musst du aktivieren, ja. Ja. Mit der Taste neben Y. Diesen Feier-Tasten, da müsstest du es bei mir zumindest. Oh, die ganze Sache jetzt nochmal zu finalisieren. Sollten wir feststellen, dass doch der ein oder andere Leerfahrt hat oder steht, dann gehen wir parallel mit ins Grünland. Oder sollen wir das gleich parallel mit anschneiden? Direkt, macht ja gar keinen Sinn. Bitte? Direkt ins Grünland. Ja, ihr werdet ja stehen, das ist die Trasher voll sind. Das geht nicht. Möchte das jemand machen? Ja, ich gehe direkt mähen, kein Problem. Okay. Cool. Ich denke mal dann ohne Aufbereiter, damit wir mehrere Schritte zum Wenden haben. Oder? Na, dann ja gerade mit Aufbereiter. Du hast ja trotzdem mehrere Schritte zum Wenden, bis es Heu wird. Nee. Klar. Also an der Futterqualität ist es besser ohne Aufbereiter. Du hast gleich den Abschluss. Ich glaube, das war doch so, wenn ich bei Mais Plus mit Aufbereiter mähe, dann brauche ich nur einmal wenden, Schwaden, Heu. Wenn ich mit Auf... Äh, Quatsch. Wenn ich mit Aufbereiter mähe, wenn ich ohne Aufbereiter mähe, muss ich zweimal wenden. Du bist das so. Ich hätte gedacht, noch einmal mehr. Aber du kannst recht haben. Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Es verringert auf jeden Fall die Anzahl des Wendens um eins. Nee, zweimal wenden mit Aufbereiter. Nee. Was denn du? Das gucke ich nach. Nee, der Mats und der Chris, die schreiben korrekt und richtig. Ja, werden jetzt. Also wenn ich mit Aufbereiter mähe, muss ich nur einmal wenden und dann Schwaden und dann habe ich Heu. Ja, der Lars schreibt auch. Du hast recht. So, also. Ja, gut. Dann mach. Mach aber auf. Wie möchtest du es denn? Möchtest du zweimal wenden oder möchtest du nur einmal wenden? Also Philipp und Simi schreiben, es gibt vier Stufen. Nein, mit Aufbereiter einmal, ohne zweimal. Nee, dann mach so. Dann mach, wie du das denkst. Das ist okay. Wir können gerne öfter Wenden fahren. Denke ich auch. Macht doch Sinn, ne? Ja. Kurze Absprache. Tino, wo fährst du hin? Wobei der Inni schon wieder schreibt, mit Aufbereiter doch zweimal wenden. Was jetzt? Ja, dann müssen wir nachlesen. Die 84. Habe ich nicht. Da fahre ich auf die 9. Gut, dann mach mal so. Habe ich die irgendwo? Ich glaube, ich habe die nicht. Also es gibt definitiv vier Stufen und wenn es vier Stufen gibt, muss nach Aufbereiter mindestens zweimal gewendet werden. Also würde ich mit Aufbereiter mähen. Ähm, jetzt kurz dazwischen gegrätscht. Ja, natürlich. Ich nehme mir dann jetzt den Abfahrer gespannt, oder? Ja, dann sitzt du auf dem Drescher. Was? Sitz du auf dem Drescher? Nee. Dann nehm dir den Abfahrer gespannt. Bruder. Was ist los? Ja. Ich werde das, glaube ich, auch machen und Tobi auch. Dann fahren wir hin und dann gucken wir. Können wir den Xerion schnappen mit Dolly und auch abfahren? Ich, ich, ich habe noch keine Ahnung. Oder ich setze mich dann in den Wender rein. Kann ich auch machen. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann zumindest noch mal ein paar Anhänger mit hochfahren. Und die hinstellen zumindest schon mal. Wir müssen, wir müssen erst mal gucken, wie wir da hinkommen mit dem, mit den Dreschern. Das, 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 oh Tobi. Das ist aber schon für dich dann jetzt hier der Endgegner bei der Karte, oder? Wie oft wäre ich dich aus irgendeiner Ecke mit dem Auto abholen müssen? Turi, Tobi. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber ich werde mich ja auch öfter mal verzetteln. Oh ja. Äh, ist jetzt Level 100. Definitiv. Turi, Tobi, allein unterwegs. So, Turi, Tobi ist der schnellste. Fährst du zur neuen mit hoch? Nee, also ich finde, Tobi, du wartest jetzt erst mal. Fahr dir hinterher. Ich warte erst mal. Nee, aber wir haben zwei Felder. Also, einer muss hoch, einer muss runter. Ja, dann vielleicht die, die am weitesten weg ist. Und ich würde auch noch eins irgendwo hinstellen. Der Martin, der kann ja dann sich die greifen, oder bringst du was eigenes mit? Also, ich würde jetzt mit einem großen, mit einem Dolly und einem der großen Überlader kommen. Mit dem Überlader? Mit einem großen Transporter kommen, mit einem großen Hänger kommen. Dann haben wir die direkt mal ausprobiert auf dem Feld. Macht das. Dann brauche ich ja gar nicht mit ins Getreide hochgehen. Ich meine, ich würde es mir im Anstechen mal anschauen wollen. Wie das aussieht, gerade auch von der Textur her, und wie die Kisten arbeiten. Adrian, kann ich mich hier mit reinsetzen, oder geht das nicht? Äh, ich, du kannst mir helfen. Das geht eigentlich schon. Versuch's mal gerade. Ich weiß schon wieder nicht, wie es geht. Ähm, kurze Zwischenfrage. Äh, Strohablage. Ah, dann geht's doch nicht. An, an. Definitiv Stroh legen. Du möchtest dann auch die Zwischenfrage, wo laden wir dann ab? Na, zu uns an den Hof. Okay. Zu uns an den Hof. Warte mal, Tobi, ich fahr gleich weiter mit. Ich muss nur mal den Fendt aus dem Weg räumen, weil da steht natürlich exakt vor der Halle, samt des Schwaders. Ist ja klar. Ich muss ja mal gucken, wo wir hin müssen. Der Werthex Dolly ist ja schon genial. Ja, das, wobei man da sagen muss, dass... Ach, scheiß, warte mal kurz, äh, Adrian. Ich hab den Flugmodus noch an, da kann man ja prinzipiell wieder nirgendwo einsteigen. Äh, wobei man sagen muss, dass das ja überwiegend noch Akkartechniknot-Eifer sein müsste, der Dolly. Also, ich weiß nicht, wie viel Arbeit Werthex da nochmal reingesteckt hat. Gut, das kann ich eigentlich aufdürfen, aber allein schon mit der Erschlauchung und so weiter, gefällt mir der richtig gut. Oh, geht schon. Ja. Ich hatte, wie gesagt, nur den Flugmodus, ja. Ich muss die Tür zumachen, ne? Ah, die ist verkehrt rum. Tür-Headtrack, die ist verkehrt rum. Ah, okay. Oh, nee, da kann ich nicht mitfahren. Machst du die Tür nochmal auf, mir wird schlecht. Ja, ich hab das nicht getestet, ich hab das doch nur reingeschwissen. Oh, nee, nee, da fahr ich bei Toey mit. Da fahr ich bei Toey mit. Ja, wo bist du denn? Da ist Felix Seekrank. Ja, ich bin hier, ich muss noch den Fenta wegfahren. Fahr mal noch ein Stück vor, bitte. Ja, das ist eine ganz gute Frage von Obi. Können die großen Mulden überhaupt in eure Getreidehalle abkippen? Ähm, ich meine... Welche großen Mulden? Na, wenn... Ach, die, die haben doch einen Kornschieber, oder nicht? Hm, die müssen trotzdem bewegt werden. Meister? Aber nicht ganz. Die rein schieße ich nur so einen gewissen Winkel an. So, wie kannst du mal noch ein Stück vor, bitte? Ja, in der Momentum. Da ist doch kein... Nee, okay. Oh, nee, der kippt komplett ab. Ja, ja, der kippt hoch. Also in der Halle kann der gar nichts. Da fährt viel zu hoch zu. Okay. Also, scheiße hier. Also doch Anhänger mit hochbringen? Ach, Mensch. Ach, nee, ich hab schon wieder einen Storno. Das ist mir gar nicht angefangen. Ich hab ja auch noch das Automatikgetriebe drin. Ich hab meine Haarschalter noch nicht umgestellt. Das Schwatttuch vorne, ja, aber... Wieso ist denn das auch... Nee, aus, ich... Wieso ist denn das unten? Jetzt ist oben, alles schön. Nee, hier. Wieso hängt denn der hier so? Den kannst du nämlich per IC, kannst du den nämlich. Habe ich nicht gesehen, weil der in der Tür drin hangt. Die Geschichte. Ja, also, ähm, Martin, sollen wir dann noch Anhänger hochbringen? Macht dann wahrscheinlich Sinn. Ich fahr den Bereich jetzt gerade rückwärts mit Tolli wieder in die Halle. Okay, pass auf, Jungs, dann fahrt los, dann, ähm, fahr ich auch noch zwei Anhänger hoch. Dann komm ich nicht in den Ferien, so. Willst du sonst die hier nehmen? Kann ich machen. Kann ich auch die alten schnappen, mir ist das egal. Kann ich, mir ist das auch völlig sicker. Denny's, moin! Ja, komm, dann nimm du die alten. Jetzt hab ich die schon hinter. Okay. So, so, äh, Willst du jetzt noch mit, oder nicht? Nö. 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 Nee, ich fahr selber noch Anhänger mit hoch. So, was war denn das 9, 8, du bist mein Navigator. Ey, wartet mal auf mich hier. Ich bin ein Navigator, na schön. Naja. Tobi Tobi ist ein Navigator, na herzlichen Glückwunsch. Warte noch auf Felix. Achso, da ist jetzt gleich zwei Leute navigieren. Achtung, jemand. Ich geh kaputt. Naja, der ist ja hier auch bestimmt auf manuell, oder? Ähm, macht ihr? Ja. Ja. Bring du mal grad bitte eine Lexion rein. Ich glaub ich hab hier irgendwo ne Tastenbelegung, Doppelung. Der springt bei mir ständig raus. Den JD, den ich fahre, findet ihr zum Beispiel bei Vertex im Community-Bereich. Der geht immer wieder auf neutral. Ist doch der 84 Direktion oder auf der andere? Auf der 9. Der 9. Dann bin ich mal oben da. So, hier fahre ich jetzt im Übrigen auch so, wie so, wie so Vario, ne? Durch das so, Mann. Von Shader noch eben abfragen. Und ich geh gar nicht vorwärts. Ja, das Problem hab ich auch. Wenn ich kurz anhebe und dann absenke, da kann ich noch Zeit lang fahren und dann schalte der direkt wieder im neutralen. Ich geh mal hier. Der fahre bei mir gar nicht direkt mit Willis nichts an wie neutral. Ich geh mal eben in den Speed rein von VCA. Wie geht hier? Da ist ja gar nicht angezeigt. Wie ist das denn? Ach, der ist raus von VCA, ne? So. So. Ohne T-Speed. Das hat er fast gar nicht. Alles klar kann losgehen. Kann losgehen. Kann losgehen. Oh Mann. Ich hab auch das Gefühl, dass Combine Experience da böse reinhaut. Ist zu krass. Das war nämlich die Frage, ob wir es halt mit reinnehmen. Sonst müssen wir es halt noch schnell runterschmeißen. Ja, dann müssen wir bei dem Ding neben der Software auch noch Schläuche einkoppeln. Natürlich nicht. Mal gucken wir's an. Ja. Ich hab die Motorleistung das ganze mal ausgeschaltet mit Combine Experience. Dann fährt er an. Okay, dann müsst ihr die ausmachen. Zwar auch nicht schnell, aber er fängt wenigstens an anzudraschen. Okay. Dirk, ich werde dann noch frei wohnen, ne? Ich fahr noch mal die Anlänger hier links. Ja, dann würde ich sagen, dann muss der Mod erstmal wieder weichen, oder? Dann können wir den jetzt, ähm... Nee, kann man allerdings... Ich bin mal Tageslimit auch noch raus. Robi, du kannst hier so wegballern, ne? Das ist ja normal. Robi, du kannst den ausschalten, ne? Ich bin mal wieder raus. Ich bin jetzt mal abgeschaltet. Tageslimit und Motoranpassung raus. Dann kannst du normal fahren. Der bedeutet so schneller. Ach so. Ja, ich fahr auch nur 50. Also, meiner fährt auch 60, aber... Ich nicht. Ich nicht. Ach, die Geschichte. Ja, dann fährt er einen Schritt lang, ne? Das könnte Felix den 40, glaub ich, ne? Oh, ich bin muted, sorry. 50. 50, ne? Gut. Also, 49, 7. So, ich musste mal Karte gucken. Nee, das hilft alles nix. Klasse. Ach, nee. Das Tablet hast du im 800er liegen lassen, ne? Das Tablet hab ich im 800er mitverkauft, ja. Scheiße. Also, doch wieder den Falk-Routenplaner. Mit dem von 2006M auf, Vertex-Community, Discord. Ja. Das hat der Licht hier. Äh, vielleicht. Ja. Du denkst an, ne? Fahr nicht so schnell. Ja, ich fahr nicht so schnell. Ja, ich fahr nicht so schnell. Nicht, dass du hart bremsen musst, ne? Also, den größten Spaß mich schon nicht damit verhaut. Ich hab doch das, äh, Abo mitbestellt. Der macht ja nix. Vorderachs-Abo. Das Vorderachs-Abo. Hab einfach nur Angst um deine Gesundheit. Weißt du was? Kommt, äh, jede Woche ne Mal. Bringt mir ja nix, wenn der neue Vorderachse dran ist, aber du nicht mehr da bist. Boah, ich hab ja hier, äh, voll, äh, Airbag. Airbag. Geht schon. Harder. 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 Hänger rückwärts mit Dolly in die Halle schieben. Easy. Easy? Ja. Ging ganz gut. So. Ja, wir fangen mal hier hoch. So, zu welchem Feld muss ich jetzt fahren? Wo braucht ihr mich mit dem Xerion? Wo sind die Hänger, die ich übernehmen kann? Na, ist... Ist, also... Wir rollen grad an. Äh, da fahren wir auf die Neuen... Ja, äh... Auf die... Auf die... Zwei Leute kommen auf die Neuen, weil dort ist schon am ehesten Betrieb, oder? Wie, oder... Ah, ne... Bist du auch schon rum, Tino? Ich fang jetzt grad erst an. Okay. Ich fang jetzt gerade vom LO-Hof los, also ich hab noch ein bisschen Zeit. Na, ich fahr auf die 84 zu Tino runter und stell dort ab. Aber ich muss mich jetzt in den Tempomod einstellen. Ihr habt ja diesen 3-Stufen-Tempomod. Keine Ahnung, fahr mich nicht. Ich muss in die Tasten überlegen. So, ich muss natürlich die Tasten überlegen. Ja, aber... Ja, das... Kannst du rauslöschen. Oh Gott, wie fahr ich denn hier? Speed Control. Speed Control. Speed Control. Martin, du kannst eh gleich übernehmen, wenn ich einmal rund bin. Dann müssen wir schon Viertel nach 10. Können wir jetzt hier durchstechen? Okay, dann schweig. Ich stehe doch wieder in die Halle zurück. Wieso das? Was ist da vorne rechts, Tobi? Nein, weil... Du machst immer wieder zu. Übernimmst du den Drescher. Achso. Ja, aber ich bring dir trotzdem gerade Anhänger rum. Ja klar, ich stell meine Kiste ab und spring zum Beispiel dann auf dem Lexion. Alles klar. Also mit diesem Combined Experience müssen wir mal gucken. Der zeigt jetzt an, 10 Tonnen pro Hektar. Das ist okay. Gut, ich hab jetzt noch ein bisschen schnell hier, momentan. Weil mein Lenkrad auch heute Abend nicht so wollte, wie ich wollte. Der ist direkt bei 400% Motorlast. Ja gut, der steht aber auch möglicherweise überdüngt und zu kräftig da, ne? Ja, und 10 Tonnen ist aber normaler Ertrag bei Gaston. Achso, ist, äh, okay. 10 Tonnen ist okay. Und ich sag jetzt mal, 9,30 Meter am 7700er ist jetzt auch nicht übertrieben. Oh, Tobi! Ja, warte, siehst du dich mal? Hey, Denise, ich klär dich gleich auf. Wenn du noch ein bisschen da bist, dann sonst du klär dich auch gern so. Dann machen wir mal private. Ne, ne. Ich klär dich da auch mal gern so. Ich klär dich da auch mal gern so. Meiner macht jetzt hier ungefähr 5 km. So, ich komme jetzt zu 9. Na, das klingt doch. Okay. Na, jetzt wäre vielleicht die Geräte schmutzig. Wir haben die Feuchtigkeit im Ötreide. Das berücksichtigt der ja. Das berücksichtigt der ja. So, fahre ich denn noch richtig? Ja, ich muss dann irgendwann rechts weg. Wenn ihr links fahrt, fahre ich rechts. Du kommst zur 9, ne? Ne, die Jungs kommen zur 9. Ich fahre runter zur Tino. Ich fahre zu 84. Ich fahre zu 84. Ich fahre zu 84. Ich fahre zu 84. Zehn Tonnen pro Hektar hast du gerade auf der Uhr? Ich? Ja. Ja, jetzt wieder nur A. Hm. Jetzt sehe ich die Leuchten nur. Schauen wir mal, was in Sommerweil rauskommt. Okay, ich nehm's. Das ist doch richtig. Ich fahre. Danke, meine Liebe. Deine Sache. Nimm mein Geld. Und Scare. Scheiße. Dankeschön für dein 19. Es tut mir so leid. Ich habe ein paar... Ach, Florian giftet an Nording Zock... Nording Zocking... Trin... Ach, Trinosus. Sorry. Ich habe echt ein paar verbimmelt während der Erklärung. Es tut mir übelst leid. Aber ich glaube, ihr wisst, es kommt bei mir von Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support, Freunde. So. Ich glaube nämlich, ich muss jetzt hier... Wo sind wir? Wo ist denn viel? Ja, ich muss eigentlich noch rechts rum, Hauptstraßenverlauf. Wo ist denn viel? Dann bin ich bei Tina. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, Atelier. Hm. Wenn wir hier eine Feldzufahrt. Ja. So, dann fahre ich mit meinem Schlepper weiter und übernehme dann die Bude... ... von Thomas. Vielleicht können wir ja noch den... ... äh, Schneidbergswaren. Ein bisschen vor dem Zeltweg. Ja, das kann ich drücken. Ich, ich, ich koppel ja gleich ab. Wenn ich dich gefunden hab. Ich bin der Rüst, der Schneidbergswaren. Ich bin der Rüst, der Schneidbergswaren. Zu Anfang, wir sind der Heil gelandet. Unglaublich. Du bist der verreitete? Das ist, äh, nicht schlecht. Ohne Touri, äh. Moment, fahrt. Aber... Kann ich die Schneidbergswaren schon wegziehen? Schon ne Strecke? Das ist schon... ... mal ne Nummer. Ja. Direkt mal ein... ... Szenario. Zack. Oh, die Schwagen. Entschuldigung. Ja, ja. So, ich muss diesen Speed-Control-Kram hier noch rauslöschen. So, der Erste darf? Ich vorne gar nicht. Die löschen man das aus. Ich kann nicht. Tobi muss. Ja, Moment, Moment, Moment. Ja, Felix, will den du mal. Ich bin jetzt gerade verkehrt rum, der... Ich zieh den... Ich zieh den... Ja, ja, ich zieh den gleich weg. Oh, guck mal hier. Der sieht auch mit den Stoppeln richtig nice aus. Oh, herrlich. Das ist eben Arbeit von Bummsnudeln, ne? Das bockt schon. Ja. Du musst doch nur die Tastenbelegung löschen von dem Ding. Du brauchst doch nichts anderes rauslöschen. Wenn du das nicht spielen möchtest, brauchst du nur die Tastenbelegung einfach rauslöschen beim Speed-Control und dann funktioniert der VCR wieder. Ne, das täuscht da eigentlich, ne? Der Speed-Control übernimmt hier die Funktion des Standard-Tempomaten. Du musst die Standard-Tempomaten ernst da rausnehmen. Du brauchst nur beim Speed-Control den Intimomaten-Speicher. Lässt du einfach auf einem da stehen und dann schaltest du der VCR in diesem Speicher problemlos durch. Naja, das hat bei mir nicht funktioniert, weil ich ja den Joystick drauf habe und das Speed-Control überschreibt scheinbar die üblichen Geschwindigkeitshoch runtertasten. Dann löschst du doch raus oder legst du dir anders. Ich hab' jetzt einfach noch hinzugefügt, ich hab' also Geschwindigkeit hoch und dann bei Speed-Control auch nochmal meinen Joystick-Tasten. Jetzt geht's aber rauslöschen. Stand ja ne Strinnen und trotzdem... Also auch die Eingaben über Speed-Control, wenn das aktiviert ist, so wie es scheint. Genau, was meine ich hab' nicht Speed-Control löschen, sondern einfach nur Speed-Control eben kein... Informat Wechsel durchfüllen von 1 bis 3, sondern den Dach stehen lassen. Und dann kannst du den über Speed-Control bedienen oder VCR eben Distorts durchschalten. Die Anzeige beim Speed-Control bleibt dann in diesem Fall unverändert. Also ob du 1, 2 oder 3 hast. Ja, ich will jetzt einmal... Und änderst das dann nicht mehr, genau. Ich benutze den bei mir schon seit Jahren. Deswegen ist er vom Headband-Management von vorherein unterstützt gewesen. Die planen vom Anhänger, ja. Die kann auch Martin aufmachen, der die jetzt ja im Beschlag hat. Einfach mit der Taste N, wenn du an die rangehst. Von außen kannst du die planen. Genau. Auch ein geniales Script. Das hat wirklich Spaß. Das hat wirklich Spaß. Funktioniert er im 19er, nie auf dem Deddy. Nie. Und hier völlig problemlos. Und hier völlig problemlos, ja. Was für ein IC-Punkt am Gaspedal. Ähm, das hier ist zum Drehen meiner Sitzeinheit. Dann kann ich nämlich hier, sitze ich so gerade und dann ist der Weg, um nach hinten zu gucken, kürzer. Sehr geil, wenn du in der Feldarbeit bist. Schalthebel neben meinem Lenkrad. Das ist ein aktueller Logitech G-Shifter, den ich über Leo Plötner angeschossen habe. Das hier ist ein Thrustmaster TH-A8 Shifter. Ja. Ich probiere mal den besten. Das geht. Ich spring mal raus aus dem Bock. Ich spring mal raus aus dem Bock. Ja, ja. Ich will mal hier einfach kubsen. Ja, dann mal taub. Äh. Da. Binst du auf dem Weg, Felix? Ja. Ja. Ich schmaller. Oh, Mann, der. Kann ihr irgendwelche bilden? Eis-Zieser? Ein paar Eis-Zieser. Head-Tracking habe ich ausgegeben. Head-Tracking. 19. Grüß dich willkommen. Lenkrad. Ja, ich muss mal ein ganzes Stück platt zurückfahren. Weil ich dachte, ich mache jetzt gleich noch. Ja, Freunde. Also das ist, heute werden wir noch ein bisschen dreschen, ne? So die Einführung heute. Donnerstag geht es dann direkt in Arbeit weiter. Die RDA reinzt, ne? Die RDA bockt. Ja, ja, ja. Da muss ich, glaube ich, noch fangen. Ich wollte mal eben schnell das Fahrverhalten hier prüfen. Auch auf dem Geflüchten. Hm, das ist eigentlich echt ein gutes Modell. Kann man nix sagen. Ach, das wird gut. Das wird richtig gut. Schick. Ja, meine ich auch. Das Modell ist eigentlich echt, äh, echt nicht schlecht, ne? Mh, MR hat er auch. More realistic. Oh. Ja, da muss man mal testen denn. Irgendes Band. Was sind das ja alles für Punkte? Ja, das sind für diese LED-Blitzerformen. Du musst so einmal oben, unten und dann kannst du sie noch quasi hinter... Kirmes, Kirmes hat er. Ach so, Kirmes hat er auch. Ach so, Kirmes hat er auch. Dasein ersetzen oder davor. Karte steht im Titel. Ja. Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, da hab ich auch ganz viel davon. Hahahaha. Süße. So ein Ding ist das halt. Ja, ich hab meinen auch zugeflastern. Ja, kannst du halt sehen, wenn man den ganzen Christbaum anlässt. Oi. Und da wünsch ich mir noch bei diesen LED-Blitzern, egal ob jetzt rundum leuchte oder vorne diese Flasher, dass die so einen Versatz zu haben. Ja, so asynchron. Ich nutze Tricky eher. Ja, das wär geil. Das wär richtig geil. Das würd ich übelst feiern. Und zwar nur so ein Mini-Detail, aber das alle gleichzeitig... Soll ich den Schlepper hier stehen lassen, Felix, oder? Ja, ich würde den Drescher dann hier wahrscheinlich stehen lassen und mit dem Trecker wieder zurückfahren. Ah, du kannst ihn auch benutzen, um wegzukommen. Ist auch okay. Ist ja noch ein bisschen zu tun. Jo. Ich bin jetzt gerade zweimal erst rund, ne? Oder in der zweiten Runde. Ja, also ich sag mal, wer dann auch im Off motiviert ist, ne? Also... Das wird schon in Summe alles viel sein. Die Feldkarton ist doch auch Felix, die Zeit ist auch Null, ne? Oh ja, die können wir mal beschleunigen. Dann schaff mal auch unser Seil. Also ich stell den da mal an den LU-Ruf, ne? Ja. So, jetzt muss ich mir erst mal zurechtfinden. Ah ja, das mit dem Tempomaten, jetzt verstehe ich. Da muss ich jetzt auch nochmal schnell in die Einstellung rein. Speed, Control, Speicher 1, 2, 3, Geschwindigkeit erhöhen. Und verringern. Na. Wie ist der denn wohl? Ich will den Tempomaten 0,1 schütten. Oh ja. Das würde sich hier bei Meta schon auf jeden Fall ein bieten. So, passendes im Dashboard habe ich heute mit am Start. Das wollte ich immer austesten. Aber ist schade mit dem Combined Experience, ne? Also bei mir geht's gut. Echt? Was? Ja, also wie gesagt, das tendiert zwischen 4 bis 7. Je nachdem, was ich hier so einen verboten Wert habe und andere träge. Ja. Ich mach hier nochmal eben. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Wie war denn das hier konfiguriert? Hier drücken. Jo, dann geht er aus. Also bei dir steht tatsächlich permanent, Thomas, 356%. Sieht aber aus wie festgefahren. Selbst wenn ich die Geschichten ausmache. Ne? Ne, sobald du rückwärts und dann stehen bleibst, zeigt der 350% an. Ja, aber sobald ich das Ding nur anmanne. Ja, keine Ahnung. Das ist ja merkwürdig. Und was hast du eingestellt? Wo kann ich was ausmachen? Ähm. Im Spielmenü. Im Spielmenü. Im Spielmenü. Wie kannst du das bei den Fahrzeugeinstellungen? Da kommt meine Experience ganz unten. Ach so. Was? Ne, die Fahrzeugeinstellungen. Also eine tiefer. Ne, der Trecker mit dem Zahnrad. Naja, da musste ich mich erstmals admin. Ja. Zur Motorleistungsgrenze. So Martin, nicht zögerlich sein. Ne? Nicht zögerlich sein, wir müssen das Kram irgendwie loswerden. In Mainz, ich sage jetzt mal die... Ach so, ja. Ja. Ich habe keine Spiegeliebe. Ich habe es gesehen, dass du da rauskommst. Flug-1-247 sammelt 100 Steine vom Acker. Danke, Mann. So, wieder bei die Fuchtbahn. Ein Stückchen vielleicht. Äh, ich spürste, ich mache das Stamm ein bisschen profär. Also bei mir klappt es auch, Thomas. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss mein Lenkrad heute ausstecken, weil das hat irgendwie rumgemotzt. Dann kann ich auch nicht mit Pedalen und nix fahren. Nein, nein, passt nicht. Naja, passt. Ich habe jetzt hier ein Tempomat auf 15. Ich bin noch ganz kurz auf Kram. Ein Tempomat auf 15 kmh eingestellt und der geht hier nur mit 6 kmh rein. Ich meine, es ist eine umliche Last auf dem Fahrzeug, aber... 6 kmh würde mich jetzt noch nicht wundern. Ne, 6 kmh ist auch richtig eigentlich. Das passt. 6 bis 7. Ja. Ich probiere das einfach die Tage nochmal. Lukas, danke für deine 100 Bits, vielen Dank. So, Leute. Ich packe es dann erstmal wieder, ne? Ja, Thomas. Wir haben ja bis zum Nacht. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss. 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 Das sind nicht die Texturen von der Map, das sind Texturen von Bumsnudeln. Die bringt der auch... Also das ist... Ich weiß... Oh, Leck. Oh, oh. Jetzt geht es weiter. Ei, 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 ei. Ich weiß gar nicht. Also Bumsnudel hat die Texturen, glaube ich, im finalen Stand. Also die würden bestimmt bald rauskommen. Releasedatum gibt es dafür nicht, aber... Die sind gut, 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 gut. Die stehen sehr eng, sehr dicht, sehr voll. Aber sind sehr schmuck. So, wir sind bei... Mal hier aufs Tablet gucken. 65 Prozent. Ist diesmal kein Dashboard von Shifty. Das ist natürlich, ne? Das kannst du nicht wissen. Ne, ne. Soll ich da mal zu dir hochkommen? Zu mir? Ja. Oder kommst du noch einmal rum? Nö, ein bisschen komme ich noch. Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen tricky. Jetzt weiß ich, was du meinst, Tino, mit den... Ja, manchmal ist ein KMH schon wohl noch zu viel, ne? Ich meine, die Bodenwerte ändern sich auch ständig. Das wäre schön, wenn du da das ein Färmer dosieren kannst. Ne, bei mir sind die Tasten halt doppelt und fünffach. So wie bei dir eben. Also was musste ich da rauslöschen? Ich hab nichts ausgelöschen. Ne, auch nicht, gar nicht. Du gehst in das Speed-Control rein und gibst da hoch und runter erstmal die Tasten ein, die du sonst auch nimmst. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht gemacht. Das ist bei mir die Tempo. Das ist bei mir bestimmt im Joystick-Profil. Da solltest du auch nochmal überlegen. Das ist bestimmt bei mir im Joystick-Profil. Genau. Achso, im Joystick-Profil. Ja, 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 ja. Das muss ich mal löschen. Ne, dann musst du eben dieselbe Tasten belegen. Wenn ich was? Wenn ich gleich den Tasten belegt, ist es doch egal, was hast du aus dem Profil gesagt. Genau. Versteh ich nicht. Ja, wenn du deinen Joystick über eine Taste belegst, Ja. Dann musst du diese jetzt dort eingeben beim Speed-Control. Achso, ja, macht Sinn, ne? Genau. Ach Tobi, komm, ich fahr hier schon mal, während ich gucke. Ja. War ausfahren. Wie bitte? Ach nee, Adrian, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Das dauert jetzt. Weil ich bin Fan und so und du weißt. Ja. Achso, die Geschichte. Oh no. Warte mal. Ja, das passt nicht. Ist ein bisschen größer jetzt alles gut. Ja, das dauert jetzt. Weil normal kam mir so ein Fan entgegen, dann war das Tobi. Ja, das ist jetzt rumgefunden. Ja. Wie heißt der Mod, das ist die Schubel? Das ist kein Mod, das sind Texturen, Freunde. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Adrian. Ja, da muss ich jetzt hier drehen. Zwei Drehschirmeln rückwärts, das wird nix. Wie schnell kannst du jetzt trashen, Felix? Kann ich dir nicht sagen, ich stehe aktuell. Aber 6 bis 7 kmh war drin schon. Ja. Stellst du davon? Das sieht gut aus, dass sie gestorben. Richtig zurück, ja? Was ist heute denn nach da hinten? So, jetzt muss ich nur die richtige Taste zum Abbunkern finden. War es die hier? Ne. War es die hier? Ah, ja. Soll ich hier vorne warten? Die Texturen werden zum Download kommen. Ich denke mal, ja. Wenn du gerade eher am Abbunkern bist. Ja, die Texturen, die können was, ne? Alter. Sieht gut aus, ey. Ja. Orientiert im Übrigen am Lektion direkt. So hat das Bumsnudel erklärt. Mhm. Okay. Hat den daneben gestellt, ne? Und hat dann danach, wie so in der Realität in etwa ist, ausgerichtet. Das kann dem einen zu viel, zu wenig oder was auch immer sein. Aber... Ihnen passt das und ich finde es ganz cool. Fett? Also jetzt... Jo, ich bleib erstmal hier stehen. In der Tastenbelegung. Habt ihr gesagt, ich muss die Tasten für den Tempo marken? Veränder... äh, bei Speed Control das einfügen. Richtig. Eins, zwei, drei, NumPet Plus, NumPet Minus. Also ich hab die für meine... also für den heutigen Tag einfach alle gelöscht. Ja, so hab ich das auch gemacht. Ja, ich werd das, glaub ich, auch machen, weil... Bis ich das jetzt fertig hab... Da muss ich mich nochmal Eingänge mit... Ja, ja, ja. So, und dann geht der normale Tempomat, aber... Ja, der geht. Dann steh ich nämlich jetzt hier auf 10 kmh und dann... Schauen wir mal, was passiert. Ja, 7 kmh ist so das Maximum. Boah, ey. Oimmel-Diakulis ist nun schon 3 Monate dabei. Geile Sache. Florian Meier24 giftet Tier 1 Sub 2 Oimmel-Diakulis. Hey, Florian, dankeschön für das Giftet ab an Oimmel. Vielen lieben Dank. Die Zeit zeigt nämlich immer noch auf 0 an, ne? Hat keiner gemacht? Kann das bitte mal jemand machen, der... Ja, mach ich. Perfekt. So, Denise, ich erklär dir das jetzt nochmal kurz. Also, wir sind 3 Betriebe, wenn du so willst. Ein Milchviehbetrieb, was so die Haupt-Stammspieler sind, die immer können. Wir haben einen LU-Betrieb, da sind alle drin, die nicht immer können. Und die die große Technik haben. Wir selber haben 100, knapp 200 Hektar Ackerfläche, knapp 140 Hektar Wiesenfläche. Dann gibt's einen BGA-Betrieb, der hat auch nochmal eigene Fläche, also wir haben viel Fläche, viel verteilt, überall. Und wir arbeiten im Prinzip gegen die Wirtschaft, also gegen das Pleite gehen, weil wir haben viel abzudrücken. Wir sind jetzt im Juni, müssen im November Pachtgebühren zahlen, in Höhe von knapp 300.000 Euro. Da kommt der Kollege. Und ja, wir müssen da ganz schön Gas gehen. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Also viel Fläche, viel Distanz, ansonsten alles wie immer. Wie viel Performance, äh Performance, die Performance spürbar von den Texturen. Ich weiß es nicht, ich hab die Karte noch nicht gespielt. Ohne, äh, ich hab keinen Plan. Ich weiß auch gar nicht. Wird schon was ziehen, ne? 50 FPS hab ich jetzt hier. Boah, das zockt schön, ne? Ja, aber vierfach Karte in der Ernte. 50 FPS, LS Multiplayer. Zwei Thresher am Fahren, viel zu synchronisieren. Also es ist, es geht. Ich glaube, dass die Texturen jetzt nicht so viel pressen. Tatsächlich. Das hatte mir auch Bumsnubel so gesagt. Es ist, es geht wohl noch. Also hier am MacBook merke ich, die Lüfter laufen auf Hochtouren. Ja gut. Ist alles schon ordentlich warm, aber... Ist es durchaus alles noch im Rahmen. Naja. Lechtern 7700 sitzungsvoll. Und sich da, muss ich gar nicht mehr arbeiten. Danke für den diese Part. Pra сichtig und speichernd platz für eine... right durch die texturen, oder ist es nur eine aussetzung? Naja, jetzt schon mehr. Naja... Also höher aufgelöst sicher nicht. A... auch viel mehr... Dateien. Das sind nicht nur Texturen, das sind xml's. Naja, das ist schon... hat noch keine presse ich habe da könnte ich definitiv meine big pack hinstellen also mindestens die textur kommen zum download aktuell noch nicht ja da soll ich mal los juckeln eine kauf ganz klar ihr könnt auch noch ein bisschen nachkaufen in tobi artian wird auch mal ich war da oder rund ihr könnt auch sonst es kann auch jemand anders auf dem treasure also wenn ihr mögt auch kein ding dann kann ich noch ein bisschen wenden oder so ist alles kein thema müssen wir was sagen ich würde mal gucken ich sitze gut aber denn so eine wunschvorstellung bei der quadra presse naja sie muss ach so naja gut mod technisch haben wir da jetzt nichts großes drauf glaube ich muss halt zu unserer leistungsklasse passen ich mache jetzt nur noch das kleine schnipselchen und dann kann ich die sich auch fast voll machen mit meinten oder jetzt das war nach oben hast ja auch so fahren nur das dann könnte ich nico bis 23 ob ich online wenn ihr ein anderer kollege stechen will das hier wenn nun aber wir werden diese map mehrere hundert stunden spielen ich hatte einmal es wird vier ecker trecker action geben der felix bleibt mal stehen ich fahr mal weiter bei dir doch ja machen wir was sonst hier rumstehen und nix tun ne da komm mach ne ich buch das abfahrhaus ne ich meine das so nicht verkehrt ne tu bitte das dauert ja auch ein bisschen bis du die voll hast ne die beiden die ballen pressen wir jetzt hier noch nicht durch nein nein ich meine die anhänger wir gehen da rein ich denke mal bei martin ist einer voll oder ja so gut wie 83 prozent aber ich weiß nicht wie viel ich an die wicht zuladung reinstecken klatsch klatsch ja alles zu den texturen zu dem pack mit dazu ist schon ziemlich nice ist schon ziemlich nice so hier lomma was hat denn der hier schon 13,5 Dirk wie läuft's ja ganz top ich komm jetzt zu dir scheiße jetzt muss ich doch nochmal meinen shifter umbauen ne ne ich seh grad dass du bei 40 bis 50 fps ein flüssiges bild hast bei mir ruckelt alles unter 60 fps äh spreiter das kann ich dir erklären das ist eigentlich ganz einfach zu erklären ich mute mich dazu mal kurz ich habe einen spiele rechner auf dem läuft das spiel und nichts weiter und dann hab ich noch einen streaming rechner der erholt sich das signal vom spiele pc und dieser streaming rechner überträgt immer mit 60 fps er überträgt immer mit 60 fps äh in der festgelegten bitrate immer immer und da kann das im spiel unter 60 fps droppen das fängt nicht so wirklich an zu ruckeln weil der encoder vom stream rechner ja trotzdem die 60 übergibt und hol mal diesen container, das interessiert mich ja mach das mal so ich werde jetzt hier meinen shifter schnell umbasteln ich hab heute schon die platte abschrauben wollen und dachte ich mir dann also ach nee brauchst du heute nicht ach naja 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 so das mach ich mal flutsch Ich glaube, ich habe wieder das Phänomen mit dem Schalten. Ach du immer mit deinem Phänomen. Gott sei Dank ist er es jetzt, sonst bin ich es ja immer. Och Dirk, du sei doch nicht so. Ne, wieso? Ich bin ja nicht so, ich freue mich ja extra, dass er es ist und nicht ich. Haha, kleiner Arsch, kleiner Arsch, kleiner Arsch, kleiner Arsch, kleiner Arsch. Als Verscheid? Wo habe ich denn hier? Ja, dann kann man hier die Kolonien abmachen. Tobi, sobald du da, dann Zug voll hast, meldest du dich, ne? Ja, ich mache jetzt noch einmal Vorgewände rum und dann gucke ich mal, wenn ich wieder da bin, was der Fühlstand so sagt. Habst du ein Stück vor? Ne, ich fahre einfach weiter. Die Stoppeln gehören zu einem Texturpack von Bumsnudel, dieses kommt noch zum Download, werde ich dann auf dem Discord auch teilen, ist es aber noch nicht. Das haben wir tatsächlich von Bumsnudel schon bekommen. Das ist schon cool. Hast du ein Tattoo-Recht zum Halten? Ne. Ja, das macht viel Ars. Nein, ich habe kein Hals-Tattoo. Oh, hier bleibe ich stehen. Ich bin zwar tätowiert, aber ich sage, also nicht am Hals nicht, aber ich sage auch nicht wo. Arschgeweih. Genau, viel weiter vor kann ich jetzt nicht, sonst dann bin ich in der Rotarnik. Achso, gut, dann fahre ich rückwärts. Oh oh. Oh oh. Aber was ist das? Das war aber Monster-Lag. Wir haben auf jeden Fall in Smoke-Emitter. Wir haben auf jeden Fall ein Arrow, was mit dem Rauch zu tun hat. Mh, ja schon gesehen. Smoke-Emitter, irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ja mein Mac, der hat vier Macs auftaucht, der läuft nur kurz für einen Lag und danach ist gut. Ja. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass das wohl irgendwo irgendeine Kombination aus Hotmaps und Giants-Feder ist. Ja. Ich vermute, war das immer an den gleichen Stellen auch. Achso, ich wollte da. Das stimmt. Dass das irgendwelche Lücken, irgendwelche Daten sind, die punktuell an den Karten fehlen. Ja. Das ist immer irgendein Shader. Oder ein Shader in der Räumen im Endeffekt. Ja, ja. Links auf meinem Monitor. Das ist die Excel-Datei, die wir hier heute schon hatten. Also die Tabelle. Und die Datei können wir im Übrigen auch nicht zur Verfügung stellen. Das ist ja in der hinteren ganz leer, Tino, ne? Dann mache ich den Vorderen schon mal zu. Weil dort die Düngeplanung vom Prezi-Farmer mit integriert ist. Und das ist ja nicht unsere Arbeit. Deshalb können wir die nicht so... das Produktieren der Füllstände. Oh ja. Danke für die Erinnerung. Hätte ich erst vergessen. Unbedingt bitte. Also der Chat hat zwar gesagt, das stimmt plus minus 1 Liter oder sowas, aber ich würde es gerne mal gegenprüfen. Quot errat der Monstrandum, wie der Lateiner sagt. Was zu beweisen wäre. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich in Latein kann, will ich sehen, dass ich gerade falsch gesprochen habe. Ich habe den Konjunktiv nicht benutzt. Martin, jetzt wird es aber ganz wild. Es ist 22.31 Uhr. Kommen wir hier nicht mit Konjunktiv jetzt. Martin, errare humanum est. Ja, ja. Ja, das auch. So ist es. Wollte ich gerade sagen. Ja, also ich wusste. Zwei doofe, ein Gedanke. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob mein Sohn noch im Stream ist. Das wäre dann ein kleiner Gruß an ihn. Guck mal, ich suche jetzt sogar schon gerade die Schrauben, die ich schon hier drin habe. Die ich schon reingesteckt habe. Ja, wenn er noch da ist, auch Grüße natürlich an deinen Sohn, ne? Wenn, dann ist er inkognito. Ja, es hatte sich zumindest noch niemand als Sohn von Martin hier geoutet. So. Cooler drauf. Fertig. Ich bin aber noch online. Das weiß ich nicht. Ich sitze hier in der Küche und esse in seinem Zimmer. Wenn, dann möge er laut geben. Mäuschenpieps einmal. So Adrian, ich prüfe mal. Ich habe jetzt hier die Kiste. Die hatte ich auf Automatik. Schalte ich jetzt per Knopf. Druck auf manuell. Mit Kupplung. Ist er auch. Mal gucken, ob er es bleibt. Ja, jetzt gerade geht es bei mir auch. Irgendwann ist er wieder zweimal in Automatik gesprungen. Aussteigen, einsteigen. Prüfen. Nö. Weißt du, was das dann bei dir ist? 100% Tastenbelegung irgendwas. Nee, ich habe schon alles durch. Drei-, viermal durchgeschaut. Schon wo wir auf der Rade noch waren. Und dann hast du irgendeine Mod runtergenommen. Und dann war gut. Jetzt ist es wieder drauf. Das hatte ja auch nicht nur ich. Jetzt ist es wieder in Automatik gesprungen. Aha. Das ist ja spannend. Also in dem Umschleif-Mod hätte ich das so belegt, dass der auf Alt-Minus liegt. Und wenn du mit Alt-Taste oder Alt-Minus irgendwas hast oder du hast damit verfügt, dann habe ich irgendeine Taste auf einem Controller oder sowas. Und du hast dann eine Beschneidung. Dann kann man schon dafür sorgen. Ich habe die komplette Belegung von deinem Mod, Martin, habe ich komplett gelöscht. Einfacher Getriebewechsel, GMS. Komplett leer. Habe ich nichts von belegt. Auch Joystick und Tastatur? Alles. Krass. Man kann die auch nicht mehr auslösen. Ich befürchte, dass das dieser andere Mod ist. Welcher? Mit diesem Realism-Gear-Box. Nur weil er in der Version, die wir haben, nur aktiv ist, wenn du auf manuell Entschuldung geschaltet hast, dann macht das immer nichts. Ich gehe jetzt mal nur auf manuell. Ja. Ich gehe auf manuell. Gehe aus dem Menü raus. Und schon wieder Automatik. Hä? Hä? Wo willst du denn hin, Kollege? Hm. Ich werde das mal im Singleplayer testen, was das auslöst. Weil, ja, wenn es das Realism-Add-On-Gear-Box wäre, hätte ich das Problemchen ja auch. Ja, das verstehe ich auch gerade nicht. Ja, genau. Das... Was ich hab da... Mir schaltet gar nichts um. Gut, ich hab jetzt keinen... Ich gucke viel, wenig, wenn man entscheidet, wie kommt man... Ja, das ist es nämlich. ...ein Chefswehr habe. Aber ich hab's in den letzten Tagen rausgelegt. Ich hab's in den letzten Tagen rausgelegt. Ob so ein paar Oldtimer-Schlepper sich dann doch auch mit einer Taste-Kupplung betätigen, da hab ich das Problem nicht. Hattest du jetzt, Dirk, mit oder ohne? Äh, ohne. Ich fahr ohne Aufbreiter. Okay, dann schauen wir gleich mal. Bin ich gespannt. Weil, also ich hab... Seitdem Mais Plus draus ist natürlich einmal mit Mais Plus gespielt, ne? Die Tom. Die Tom. Das ist nämlich das Ding. Also einfach das Zeit... Das Zeitliche. Also gab... Also kein anderer Grund jetzt? Einfach... Mit meiner eigenen Zauber-Mack hab ich den Flugstall mittlerweile, Footer-Technisch darauf halbwegs rauber mitzunehmen. Das ist ja richtig viel Arbeit. Die richtige Footer-Mischung herzustellen und die Slots alles zu füllen. Aber das ist schon recht spannend und macht Spaß. Aber es ist wirklich Arbeit. Ich weiß ja nicht, wofür wir uns mit dem... Mit haben wir die... Erweiterung haben wir aber nicht mehr drin, ne? Wo man die Footer-Mischung und so manuell noch anpassen kann. Äh, etwas? Dieses... Wie heißt das? Additional Foot Add-On. Haben wir das auch mit dran oder haben wir das nicht mit dabei? Ja. Äh, ich hab alles, was Mais Plus hergibt. Okay. Weil dann ist die Einstellung wirklich richtig hart. Und dann wird's, ähm, laut FA mit den vier Tagen, die wir haben, auch wirklich sportlich. Ja. Die stellen selber also auf sieben Tage ein. Die Frage ist, wie habt ihr's denn jetzt eingestellt? Wir hatten da ja im Discord mal drüber gesprochen. Sportlich, dafür steh ich mit meinem Namen. Ich weiß es nicht. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ich weiß es nicht, ähm, was, was, wie, wo eingestellt. Adrian? Was haben wir eingestellt? Gar nichts eingestellt. Ich liebe diese Spielgruppe. Sehr gut. Ich liebe diese Spielgruppe. Aber die realistische Mischung. Wir sind ja realistische Spieler. Ist ja alles gut. Aber dann, äh, verteilt sich der Monat halt nur auf vier Tage. Und damit ist der Verbrauch schnell, weil wir exorbitant hoch. Aha. Also wenn ich aus- und einsteige, ist Automatik aktiv. Das gibt's auch gar nicht. Soviel jetzt noch mal zu dem Thema, ne? Mich macht das wahnsinnig. Du kannst keinen Schalter fahren. Dann beiß ich das aber irgendwo mit. Weil ich hatte das extra in dem Mod noch angepasst. Also ja auch speichert lang aussteigen. Komm mal zum Shop, Martin. Bitte. Na, warte ich. Halt mal eben kurz an hier. Auf freier Strecke. Du bist hin und eventuell auf Entsatzraten. Sag mal, hab ich hier Realism Add und Gearbox gar nicht mehr drauf? Ist doch gar nicht mehr drauf, oder was? Das muss an Martins Mod liegen, es tut mir leid. Nee. Ist in der Shop da oben, ne? Sag mal, ich hatte doch Realism Add und Gearbox mit drauf. Da. Nee, ist nicht mehr drauf. Scheiße. Das muss ich fürs nächste Mal noch mit drauf packen. Und das kann sich damit dann also schon mal nicht beißen. So, ich bin da. Setz dich einmal bitte hier rein. Aber Adrien. Geh mal in die Optionen. Und guck mal, wie der Gangschaltmodus ist. Der zeigt mir jetzt an. Adrien. Hat recht. Es ist bei mir genauso. Ich schalte manuell. Wenn ich einsteige. Gangschaltmodus. Der steht jetzt auf Automat. Ja, ist er wieder auf Automatik. Jetzt steht sofort auf Automatik zurück. Das wäre jetzt aber auch. So, und das ist das, was bei mir die ganze Zeit passiert. Aber auch während des Fahrens. Ich stelle manuell ein. Wenn ich jetzt aber ein- und aussteige, ich habe den Mod über alt-minus auch manuell eingestellt, dann blieb es stehen. Also liegt es aber grundsätzlich erstmal an diesem Mod. Ich weiß, ich habe mir die aktuellen version nicht bereits gestellt. Da müsste man mal auf den Server schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das war nämlich ein Fehler in meiner Anpassung, dass er, wenn du in den Menü eingestellt hast, das genau nicht gespeichert hat. Sondern nur, wenn du über die Taste gespeichert hast. Die aktuellere Version, die speichert auch, wenn du im Menü warst. Das würde ich jetzt daran liegen. Du solltest einmal die Taste überlegen und dann über die Taste umschalten. man sollte es bleiben okay das ist jetzt aber ich mache einfach mal diese taste hier dabei speichern diese taste jetzt habe ich es verstanden am meist bloß mal plus meist bloß ich verstehe gut aber dann hat man das schon mal aufbereitet aufbereiten muss ich weil das macht das manuelle schlepper fahren einfach unmöglich gerade ja das war ja auch dafür gedacht dass man es nicht umschalten muss dann über die taste was sollte man nochmal abgleichen und dann kann ich auch abgleichen nach der divisionen bei mir auch im rechner perfekt ja ist es kann sein dass ich es wieder verpeilt habe und wieder die falsche drauf gepackt also gehen wir mal schwer davon aus das wird noch die vorgängerversorgung nicht so denke ich mal weil der fehler ja wenn du sagst du hast einen fehler behoben ist es im regelfall eigentlich auch behoben brauchen wir noch was für den frontlader ein werkzeug wirklich mal missgabe von robot solche sachen ikarus dankeschön für dein halbes jahr dankeschön hendrik dankeschön für der prime hendrik g lässt seinen primärs auch hier danke für den support also ich muss zum nächsten mal definitiv das realist mit dem gearbox drauf packen damit ich handgas hier in der alten mühle nutzen kann das habe ich echt vergessen weil das hier in der karre in im lsa richtig geil also ich habe jetzt das prinzip vom vendor verstanden dank dem chat man muss den man kann den vendor auf die auf den status einstellen den man möchte man könnte den jetzt auf heu direkt umstellen ich stelle den jetzt auf aufbereitet um weil dirk ja ohne aufbereiter wendet und das gras sieht nicht aufbereitet aus also muss erst mal aufbereiten das heißt jetzt hier die erste wendestufe und dann lassen wir es rumliegen genau damit kann sich das spiel so realistisch einschieben und selber gerne hätte genau wie stellst du das ein bei dem wendor im wendor kannst du hier z über z einfach das ist gut ich dachte dass wir komplexe also im 19 war es ja da konnte es gar nicht auswählen da musst du halt und hier ist es wahrscheinlich für den schnellen test mal irgendwie oder was beziehungsweise da hattest du das in den ich denke das hat mit den mähwerkseinstellungen zu tun weil im 19 mussten die dinge aufbereiter haben da gab es ja jetzt kannst du das ja frei einstellen kann es auch im mähwerk sagen jo ich habe aufbereiter oder nee ich habe keins nach per tastendruck aber ja schön raucht ja aus der esse herrlich so ich habe jetzt mal eine bressel und lade hochgipschaufel für frontlader gekauft ja und nehmen die mit zum hof allerdings nicht die größte bei unserem nein nein um gottes willen also wie gesagt die ballen gabeln von robert das sind diese blauen ohne diese greifer die würde ich auf jeden fall auch nehmen die kannst du hin verstellen zwei stück kannst du locker nehmen dann brauchen wir sicherlich auch noch eine mistgabel genau halte würde ich nicht machen das machen wir mit telelader glaube ich oder tobi es gibt ja warte mal ist das ist krass gerade ja ist er auf autosave vielleicht alles dreht sich weiter das ist merkwürdig dass er auch wenn du auch weiter was hast du gekauft ich habe die schöne gewichte gekauft und leck mich am arsch aber das sind die ne warte mal das sind die von vertex vom mod haben also was zum teufel hat das mit den scheiß deck overflow der server ist abgeschmiert ja ach wirklich warte ich hab doch schon so ein schön mal dran ich hab das schön mal 850 kilo gewiss gekauft aber wieso zum teufel weil die sind aus dem vertex pack wieso zum teufel gibt es das problem da ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht aber seit wann machen denn gewichte so ein problem keine ahnung die haben halt wieder eine tatscher vorne dran ich war mir bei dem vertex gewicht jetzt sicher dass ich kaufen kann ich hätte auch gekauft macht natürlich also allerdings ich habe eben gespeichert also es ist nicht viel weg nee alles gut das kann doch nicht sein dass das mit enttäuschen nicht mehr geht das ist allerdings sehr sehr eigenartig wollen wir die direkt wieder runterschmeißen dann auch so jetzt nicht noch mal kaufen ja ja aber dann halt für die zukunft weil ja das passiert noch mal ich habe es einfach mal drauf genommen ich wusste nicht ob man sie brauchen oder oder nicht brauchen oder ja ich fand die gerade ganz schick ich dachte mir kommt so ein 850 kilo gewicht nimmt zum hof zack angekoppelt vorbei das hat mit dem pack auch nichts zu tun also wir haben ja man manual attached und dann ist irgendwie alles was noch ein attacher am gewicht hat wurde jetzt noch was dranhängen könntest zug maul oder so das macht probleme scheiß egal welches pack das kann auch ein vanillage wie ich kann das genauso passieren ich habe keine ahnung also es sollte man es scheinbar ein problem ich habe auch das problem dass ich die zapfelle mache ich dran und dann gehen die schläuche nicht dran das jetzt war ich dann geschafft wieder dass die zapfelle abzumachen habt ihr erst die schläuche dran gemacht und dann die zapfelle war auch ganz merkwürdig ich kaufte jetzt aber trotzdem nicht mehr ich glaube persönlich das problem wird nur dann ausgelöst wenn ihnen drei punkt haben die korrekte nicht wenn wenn die eine anhängerkupplung haben weil das fan pack das habe ich ja entsprechend angepasst das hat ja eine anhängerkupplung nach wie vor nur den drei punkt nicht mehr und siehe da es läuft ja jürgen na klar kann man den attacher raus haben ist einfach jetzt bei anderen gewichten haben ausgemacht hier jetzt noch nicht nee ich passt nicht jedes gewicht nein hat jetzt auch keiner verlangt das will ich auch mal was anderes ich komme nur zehn prozent weit auf dem server ich auch ich sag ja der server steht auf stack overflow was ach du schon jetzt warte mal stack overflow würde mir würde ich interpretieren dass wir da irgendwo vielleicht in der tatsch hatten wir irgendeinen botten endlosschleife drin das kann ja nur das möglich sein oder da werde ich doch meinen hintern drauf der schmeißt ja auch ross was haltet ihr davon wenn wir den auch dann runter nehmen also probleme macht ich vermute jetzt einfach mal deaktivieren und schauen dass er sich wiederholt ja lass uns das ding mal deaktivieren bitte ja ich dachte erst mal eben ich musste per remote erst mal auf dem server drauf gehen ich hätte ihn jetzt richtig mal runter gehauen also nicht nur sondern richtig einmal einmal weg einmal weg knacken und dann wieder starten sqp 1991 das problem hat tritt auch nicht immer auf das ist komplett random sehr merkwürdig wir hatten das aber schon mit einem anderen gewichtepack ganz extrem auf der rade ja und da war es genauso mit dem attacher ich habe das sogar schon im single player gehabt da hatte ich das auch schon da ist wieder ein anderes gewicht gewesen er guckt aber nur sozusagen feste drei punkte hat schon ja so gerne heben und senken können genau richtig helfe ausrufezeichen server habe ich die erfahrung gemacht haben wir eingestellt bekommen durch original eingeben um keine probleme zu haben kann mal einer gucken ob der gameserver wieder da ist bitte ich komm drauf wenn drauf da kann ich schon remote wieder zu machen ich weiß gar nicht ob ich noch mal reingehe vielleicht noch mal kurz aber ist ja auch schon ja ich würde gerne wissen wo er ja natürlich ich gucke da gucke ich auch noch mal stehen also ich habe einmal gespeichert am hoch soll ich eben starten ja klar klar rein warte mal warte mal bitte kurz es creep hat auch gesagt die haben den rauchmord runtergeschmissen wegen fehlern wollen wir den auch mit ausgrenzen erst mal muss ich selber der mann auf jeden fall er ist nur ein gimmick ist jetzt nicht weltbewegend und ich vermute auch dass er vielleicht verlaufen lässt irgendwas der hier aus ist ja mit unternehmen wenn er schon er aus schmeißt ich bin nämlich gerade nicht ja wie hieß denn der äh ähm wie hieß denn der chat wie hieß denn der ihr wisst das doch immer alles ähm hieß er ganz billig irgendwas mit smoke ja das ist immer wenn wenn es ist auch das ist auch zum beispiel nix gegen die die modder oder so ne ähm sondern es kommt halt ein patch und dann müssen manche mods einfach angepasst werden und wenn das noch nicht der fall ist kannst du fehlern kommen kann muss nicht in unserem fall kommt zu einem fehler genau löschen mal die exos ist extension raus weil die war eben in einer locke ich habe das müssen beobachtet das mal drin ist gleich dann drin die einträge die ich dazu in mods gemacht haben ja das löschen darf ich nicht wie du darfst nicht löschen ich habe keine rechte zu löschen ich mach das gerade ok ich bin eh gerade muss ich wohl mal noch hier die rechte erweitern wieso denn da ist nicht das wäre gerade in deinem fall relativ sinnvoll manage web users wo ist er denn martin ja tatsächlich hast full access jetzt hoffe ich danke noch mal ob sich was geändert hat ne immer noch nicht full access unable to activate mod ich war auch nicht richtig bin noch nicht richtig rausgegangen ach so naja gut dann mach ich das mal noch in ner ruhigen sekunde geht's hobbie das war ein weggenluteter hustler ja ach so das klang so ach so deshalb klang das so interessant ok mein finger war nicht so schnell entschuldigt nee das stimmt mich gar nicht du kannst dich hier ruhig bei eumeln auch mit offenem mikrofon stimmt mich gar nicht ja bei eumeln ja aber husten ist ungeil kann das mal wer anders probieren den zu deaktivieren bitte ich kann das nicht du kannst es auch nicht ex-faust extension ich kann den auch nicht deaktivieren wie was ist der server noch nicht wieder ganz da doch sonst würden wir ja gar nicht da drauf kommen doch ich habe mir ja zugemacht versuch mal wer anders ja hab ich ja mach mal dann muss ich nochmal gucken also ich hab ihn komplett geäxt einfach einmal ja ist raus ist raus hat er die rechte not der aber naja egal ja jetzt ist er weg ok dann save start ab geht's so hat sich denn jetzt hier der follow bot wieder beruhigt by the way die frage ist wann hat der server zuletzt gespeichert ne die frage ist ist dein safe übernommen worden und wieso liegt hier stroh also ich hab so vor einer halben stunde gespeichert einmal hast du nicht gerade gesagt du hast gerade gespeichert naja so vielleicht vor 20 minuten als ich am hof los gefahren bin zum shop und mich über die über das getriebe aufgeregt habe da habe ich einmal aufs spiel speichern gedrückt weil ich meine kann ja kein haken kannst eh einen haken dran machen weil bei mir bleibt auch trotzdem weiterhin bei 10 prozent stehen jup tito jup tito ach so gut ich habe gerade erst auf start gedrückt das stimmt natürlich ja jetzt aber eros habe ich schon wieder gesehen ja ja er war sind allerdings noch drin weil ich habe gemerkt wir scheinen paar alte mods sind zu haben ich habe ein paar von den mods die wir seit 141 anfällig waren behoben und jetzt werfen die alle wieder fehler ich glaube wir haben ja die falsche mission drauf die müssen wir noch mal das macht er bekanntlich keinen weiteren effekt im spiel irgendein fan hat hier theater ja eben war ganz viel rot 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 du bist ja die diverse diverse mods die fehlen die anpassung an die 1 411 die hatten aber gemacht oder die 1 411 die hatten aber gemacht die ganze reihe an roten errors ist kubota dlc auch so ne scheiße wirklich wie das sein kann aber gut die 100 prozent ok ich bin drauf also also der waldra doch da steht da also ich habe meinen alten fan schon bewegt das ist sehr aktuell alles gut er hat dort gespeichert wo wir runter geflogen sind hat er tatsächlich hat er alles entspannt nämlich hat er wieder rausgeschmissen was ne ich probier's nochmal wer weiß ich bin gerade im sync das ist E56 ich höre gleich auf ja gut die Schömergewichte die ruhre ich dann jetzt nicht mehr an ne die hauen wir dann auch runter dann muss ich mir dann mal ein neues aussuchen da hilft ja nichts naja oder umkonfigurieren zumindest dann kann er nicht bei dem was er hat ja aber ist dann seins vielleicht gar nicht ähm da ist dann auch so ein Attacher vorne dran das ist verrückt ja das wird früher oder später passieren Mottetillet Breaks ne Screep das ja du sagst das schon das Ding ist halt immer es funktioniert alles dann kommt ein Patch und dann ist es ne Wundertüte na man weiß nie was einen erwartet ich höre mir da nicht alle aktuellen Uhrzeit so dann klappe ich hier schon mal ein bei das aktuelle Traform dann gucken wir mal wie es reagiert ja also so bisschen nacharbeiten ist immer wenn wir einmal so ein Ding jetzt hier drei Stunden hat laufen lassen ja dann weiß man schon mal wer wie wo was noch so mach ich nochmal schön das Chaos hinter mir die Türme die Papptürme werden immer höher ich fühl mich hier schon wirklich wie im Lager nicht asozial ist nicht dass das alles neues Zeug ist ne Müll? ne das ist Müll einfach also kein Müll ich brauch das dann zum Einpacken aber ich weiß nicht jetzt wohin damit weil im Wohnzimmer willst du auch nicht stehen haben und leider wohn ich hier nicht im Ost-West-Nord-Süd-Flüge ja das ist natürlich richtig natürlich bitter auch ne ich schäme mich auch ein bisschen ja ich fühle mit dir aber ich zeig es euch unverblümt und echt ja Freunde das war der Start für heute ähm gibt noch ein paar Baustellen holpriger Start meinst du? ja ein bisschen bis auf bis auf jetzt eben war doch alles ok na eben ja sagen wir mal ja ein kleiner bisschen was hast du immer ja ein bisschen ein bisschen schon ist immer ähm ja Donnerstag weiter ne Donnerstag weiter Donnerstag weiter Donnerstag vielleicht nicht dabei weil deswegen bin ich ja auch im Lohnunternehmen richtig vom Lohnnach ist dann keiner da oder wie? ne wir haben den ersten Urlaubstag eingereicht läuft ja ja wir haben Tarif ne? das stimmt das stimmt ja Freunde Donnerstag ähm gehts weiter und äh ja wird lustig glaube ich also wird ganz schön lecko mio wird deftig also das mit dem Futter hat mir ein bisschen Angst gemacht mit den Nachrichten übers Futter also ich hab von mehreren Stellen gelesen oh das ist sehr sportlich das macht mir ein bisschen Angst aber gut schauen wir mal die 200 Kühe machen wir mit links na easy wenn sie wenn sie die ersten zwei Tage nicht überlegen überlegen machen wir eine Kühlparty ja ist richtig ja zumal natürlich das Milchgeberverhalten sich wieder angepasst hat wie was sieben es früher ne das heißt die Kühe geben erst Milch wenn sie einmal gekalbt haben oder wir sagen einfach es waren Aktivisten da wer war Aktivisten? Aktivisten die haben den Stall leer geräumt das kann natürlich auch sein Dirk 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 wieder so wo sag mal sieht man sich in der Kategorie selber nicht mehr das ist ja immer mies ich geh immer in die LS Kategorie um zu gucken wer so da ist und dann sieht man achso es ist unsortiert gut naja klar mhm ich hab mich empfohlen na das ist ja Quatsch ja ne ne grüße an die Felixe raus grüße an die Tobis ups hau rein ne ups wir schnacken jo machen wir tschüssi tschüss tschüss hier ist jemand online der heißt Egge89 mit 313 Zuschauern den hab ich noch nie gesehen wer ist das denn kennt man den? ne ich kenn den auch nicht nicht Egge wir könnten aber tatsächlich auch zu Ela gehen die ich weiß nicht wen es interessiert Hof Bergmann V1.1.0.0 Beta irgendwas ist eine Option eine Option ist ach so viel ach scheiße hier ist ja auch gar nicht wo sind denn meine Filter hin? ich hab da auch immer Sprachfilter noch Kanäle auf Deutsch dann sind die Titel Englisch was ist denn das denn? ne da ist ja wieder Twitch hier ist doch wieder Quatsch haben wir es wieder abgehendes Ding was mach ich? was? ja Twitch haben wir es wieder abgehendes Ding ja 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 Ela klingt doch gut Ela klingt gut ja komm ich wäre für Lexor Lexor wo ist denn Lexor sind so viele so viele Menschen Alter wie viel sind denn im LS-Segment online das ist ja der Wahnsinn sind Herbstferien ah schon wieder? also ich glaub bei uns nicht ist ja ständig Ferien hör mal so kann doch auch nichts werden weißt Bescheid? ja scheiß alter so hier Ela ist jetzt mittlerweile offline oder was? na also warum ist ja mein Sohn auch noch online größer gehen dann Niki7b raus ah Niki7b empfiehlt im Übrigen dass wir zu Trimax gehen das ist ne gute Idee find ich gut ja grüße Niki 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 warte mal den muss ich mir erstmal greifen Niki ach wie ging das jetzt wieder die Kids kriegen doch immer VIP aber ich weiss jetzt nicht wie Niki7b ich flüstere dich mal an damit ich dich auf dem Kasten hab wo ist das Flüsterding ah ne tausend Bildschirme nichts siehste hier hm weiss ich nicht ist weg das Fenster Niki7b merke ich mir wieso geht das überhaupt in dieser Ansicht nicht wartet mal Niki7b hier oh hat doch schon einiges geschrieben gut ähm ja keine Ahnung scheiße hier da ist doch noch was ist denn jetzt hier ich drück da drauf ist das jetzt live nur oder nicht dann ist das hier wieder offline was ist denn das ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ist offline ich hab die Schnauze frei ich geh jetzt auch offline ich komm nicht klar Freunde ich hoffe euch hatte der Start gefallen war eigentlich für unsere Verhältnisse muss ich sagen gar nicht so wild hahaha nö ging und ähm Joa ich freue mich auf jeden Fall auf Donnerstag bis dahin Freunde ich wünsche euch noch해� jerse nach unten оду bis Donnerstag ne texts Tschüss.